Willkommen zu einer neuen Folge des Sockencasts und ich, ihr merkt schon, ich versuche, ich versuche regelmäßig da zu sein, auch wenn es nur ein Deck-Profile ist, aber ich versuche es so zu gestalten, dass man sich das auch gern anhören kann und ganz ehrlich, es hört jetzt sich ein bisschen cringy an, aber ich höre mich gern selber, also ich höre gern meinen Podcast an und wenn ich dann mein Deck höre, wie ich mein Deck baue oder vorstelle, dann denke ich mir andauernd, fuck, jetzt bin ich, ich will jetzt spielen, so, aber nichtsdestotrotz, also wir kommen zur Folge 44 mittlerweile des Sockencasts und ihr seht schon, da drüben, ich habe wieder einen Gast da, der Freddy vom Commander Kompass. Jawohl, servus, ich war erst vor kurzem zwar da, aber was, welche Folge war das, 41, 42? Oh, ich, warte, ich muss lügen, ich muss lügen. Jakob, aber jetzt bin ich mal Solo da. Warte, ich, ich, ich lüge jetzt, das war Folge 43. Oh. Warte mal, wir sind jetzt 44? Nein, dann sind wir jetzt 45. Oh mein Gott, wir sind jetzt 45. Die 44. Folge war ja ein Deck-Profile, also schon 45, wow. Ja, also trotzdem relativ neu, also. Ja, ja, voll geil. Für Leute, die das wissen, also das ist schon, Zählfehler passiert innerhalb der ersten 30 Sekunden dieses Podcasts, ihr könnt also nur mit kompletter Authentizität rechnen. Ja, ja, auf jeden Fall. Das sind die Realisten hier. Ja, auf jeden Fall, wir geben uns Mühe. Und ja, äh, was ist das heutige Thema? Ich habe mir gedacht, ey, ich rede, also, für die, die es nicht wissen, wir haben nach dem Podcast, haben Freddy und ich noch ewig viel gelabert. Ähm, und dann habe ich mir währenddessen schon überlegt, ey, Freddy hat so viel zu erzählen. Freddy, ich lade dich nur mal ein. Reden wir einfach allgemein über Trading Card Games, denn, äh, wir spielen nicht nur Magic oder Digimon, nein, wir spielen auch Yu-Gi-Oh! Und vielleicht auch Flash and Blood oder vielleicht auch das neue Star Wars, das rauskommt oder auch Lorcana. Ähm, deswegen dachte ich mir, ey, boah, komm, wir gehen back to the roots und gucken mal, also ich möchte vor allem von Freddy wissen. Wie hat alles so angefangen mit TCG? Und deswegen, Freddy, ich weiß, du spielst schon bestimmt 20 Jahre Trading Card Games. Wie hat das bei dir angefangen mit Trading Card Games? Naja, also, ähm, auf dem Land hat man ja meistens nicht so viel Kontakt zu Leuten, aber ich habe halt den Vorteil, dass ich eine ältere Schwester und zwei ältere Brüder habe. Das heißt, als ich, äh, so vier, fünf Jahre alt war, haben sich halt oftmals die Kumpels von meinen, äh, Brüdern und so versammelt und die haben so ein komisches Trading Card Game gespielt mit so braunen Rücken namens Magic the Gathering. Und, äh, ein paar andere, äh, Sachen davon. Und, ähm, es hat mich damals irgendwie fasziniert, wenn die da dazu fünft an den Tisch gesessen sind, weil die haben damals Regenbogen gespielt. Also, ähm, jeder hat ein monofarbenes Deck und die zwei nebeneinen sind Alliierte und die zwei, die einen gegenüber sitzen, sind die Feinde. Aber eine, aber quasi deine beiden Alliierten sind immer auch befeindet. Oh, crazy. Ja, ähm, also die versuchen sich auch gegenseitig auszuschalten und der Gewinner ist halt, wer als erstes, äh, die zwei Gegner von einem ausschaltet, aber es sind halt zum Beispiel auch ein Alliier... Jeder Gegner ist auch ein Alliierter von deinen Alliierten. Warte, ihr habt die Commander gespielt? Ne, 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 also ich war das noch nicht, aber das war halt eine super Faszination und dann wollte ich halt auch mal da mitspielen und, ähm, ich bin... Ich bin damals bei Big Brain, fünf Jahre alter Freddy, hat halt, äh, hat die halt die ganzen Artworks cool gefunden und wusste nicht, wie das Spiel funktioniert, aber, ähm, ich, äh, hat mir meine Mutter halt quasi erlaubt, mir so ein Starterdeck, äh, zu kaufen und ein paar Booster und dann war ich so, hm, bevor, ich kann mich ganz leicht entscheiden, ich öffne erst die zwei Booster und dann, was auch immer meine seltenen Karten sind, dazu kaufe ich, äh, sage ich dann meiner Mama, dass ich das Deck will. Oh, schlau! Deswegen weiß ich auch, dass meine allererste Karte der Drachenmagier war. Oha! Weil ich nämlich dann das Goblin-Deck damals bekommen habe. Das war ja rot! Freddy, Freddy 5 weiß schon, was er spielen will. Ja! Ey, ich hab bis heute eine Liebe eben für die rote Farbe im Magic, ähm, und, naja, es kommt mir wirklich von klein auf her, ähm, aus dem Sinne Goblins cool. Ähm, ja. Genau, und Strats ist halt ein wenig angefangen schon als Kind, weil irgendwie haben mich Kartenspiele sogar mehr angefixt, also auch mit meinen Freunden und so, als, äh, als die meisten Videospiele, die nicht Pokémon waren. Also, man muss sagen, es war damals, als kleiner Freddy war Pokémon an erster Stelle, weil es waren die besten Spiele überhaupt. Ich hab hier hinten im Regal sogar noch meine alte Silber, die ich zum sechsten Geburtstag bekommen hab. Wow. Mit meinem Gameboy-Color. Ähm, ich hab die Hölle aus diesem Spiel gezockt. Ähm. Kann ich mir vorstellen. Genau. Aber dann war es halt immer, äh, Yu-Gi-Oh, äh, Matt, 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 Matt and Jake halt einfach, hab ich damals schon hin, äh, dazu gebracht. Aber ich hab halt dann auch einen kleinen, äh, also ich klein war, einen Kumpel bekommen, oder, äh, einer meiner besten Freunde, und der hat halt Yu-Gi-Oh gespielt. Mhm. Und auch Matt Jake. Und irgendwie hat sich das dann immer so zwischen den Spielen schon von damals hin und her, beispielsweise halt, was ist gerade cool. Okay, ja, klar. Ja. Also, äh, ich fang halt wirklich schon von klein auf an mit den Karten, die ich gespielt hab, und die haben mich halt mein ganzes Leben bis jetzt immer in irgendeiner Weise verfolgt. Also, ich hab die Liebe seit klein auf für Kartenspiele. Ich hab mit meinem kleinen Bruder, den hab ich auch, den hab ich süchtig gemacht nach Yu-Gi-Oh damals. Ähm. Ich hab so viele Leute kennengelernt. Und, äh, ja, das sind mir halt immer alle sehr wichtig, was ich gespielt hab, auch wenn. Einige der alten Kartenspiele, die ich gespielt hab, wie Aliens vs. Predator. Ähm. Da gab's Kartenspiele. Oh ja, Aliens Predator, äh, Customizable Card Game. Okay. Hatte mein größter Bruder, und, äh, er hatte halt die Karten noch, und dann hab ich irgendwann das Regelheft klärt, und dann halt einfach mit meinem Kumpel so auf dem, äh, mitgebracht, und einfach mal ein paar Decks zusammen, und dann hab ich Aliens und Predator gespielt. Oha. Oha. Warte. Das gab ein Aliens vs. Predator, Predator Card Game. In, aus 1997. Oha. Oha, ja, okay, das ist klar, dass ich das nicht kenne. Ja. Also, wenn ich sag, ich, äh, bin schon lange dabei, ich hab Zeug gespielt, also Kartenspiele, die eben manche Leute dabei kennen, dass es dazu welche gegeben hat. Ja, ich weiß, es gab mal ein Star Trek Kartenspiel, was richtig gut gewesen sein soll, und dann hört's schon auf. Ja, Wizards of the Coast hat nicht nur Magic gemacht, es hat auch noch Battletech gemacht, damals. Was ist denn Battletech? Ähm, das war auch nur ein Kartenspiel, was halt dann eher futuristisch sein sollte, im Gegensatz zu den, äh, Dingen, und Battletech ist ein, ähm, Effekt, so eine Art Mech-Serie. Also, es hat so ein Mech-Kartenspiel gegeben. Oh, krass. Ähm, was, hab ich ein bisschen mitbekommen, aber, ähm, ja. Ich geh auch gerne in die Geschichte von irgendwelchen sehr komischen Kartenspielen rein, weil, ich muss auch ganz ehrlich sagen, als Kind hab ich damals auch, äh, äh, Dual Masters, was jeder Wengel abgeschrieben hat, als den absoluten Abklatsch zwischen Magic und Yu-Gi-Oh, zumindest in meiner Gegend, ähm, war cool. Es war ein gutes Spiel. Ja. Ich weiß ja, dass alle dagegen hatten. Dual Masters wurde ja nur erfunden, um Werbung für Magic in Japan zu machen. Das ist die Geschichte von Dual Masters. Genau, und das ist ja immer noch ziemlich erfolgreich in Japan. Ja, krass, da kommen jetzt immer noch neue Displays und Booster und alles drum raus. Also, da ist es noch groß. Haben die da nicht auch mal so ein Rebranding gehabt? Also quasi, dass es nicht mehr Dual Masters heißt, sondern Kaiju, irgendwas? Boah, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß, dass Dual Masters auf jeden Fall noch ein Ding ist in Japan. Aber in Japan, Alter, was da an Kartenspieler rauskommt, da kriegt da, erstmal kriegt jeder Anime erstmal ein Kartenspiel hin. Klar, es gibt Air als Kartenspiel. Und wer nicht weiß, was Air ist, keine Ahnung, mein Kuppel hat das damals angeschaut irgendwie und ich fand's cringe. Okay, was ist denn Air? A-I-R, wie Luft. Ja, ja, ich sag mir irgendwas. Ja, eben, das ist sowas, man kennt oft einen speziellen Frame daraus, aus dieser Fernsehserie, weil die Augen so extrem weit von dem Charakter auseinander sind. Also, okay, crazy. Ich muss mal irgendwas, also wenn ich es nicht vergesse, hier jetzt für euch, die es auf YouTube schauen, ich versuche hier irgendwas einzublenden, damit man jetzt weiß, wovon wir reden. Und zwar jetzt. Ja. So, okay, hier war's. Ich weiß nicht, was es war. Ich muss es noch googeln und mich dran erinnern. Aber, äh, da hab ich irgendwas eingefügt. Äh, ich bin gespannt. Und, ja. Ah, krass, okay, crazy. Ja, also, ähm, oh nein, ich liste nicht nur die, äh, wo Wikipedia-Webseiten hab, das sind alles Spiele, die ich eh irgendwo mal aufgesammelt hab oder so, weil mich hat er los. Ich wollte einfach aus Kind. Zwar war, egal, hab ich immer so meine Hauptspiele gehabt, aber ich wollte halt trotzdem, wenn da was Neues da war, das testen, weil es kann ja auch cool sein, also. Ja. Ja. Spielmasters hat mir tatsächlich gefallen, weil viele Leute, die es nicht wissen, wie das funktioniert, das ist das Spiel, das das Schildsystem eingeführt hat. Also, dass man fünf Karten hat und wenn die angegriffen werden, können die einen Trigger haben. Also, man hat fünf Schilde als Lebenspunkte. Und wenn man einmal direkt angegriffen wird, ohne dass man ein Schild hat, dann hat man das Spiel verloren. Ja. Aber das Coole war halt mit den Karten, du konntest dein Deck, äh, es gab in deinem Deck, äh, konntest du Karten, die eine hohe Mana-Kosten hatten, aber sich für umsonst aktiviert haben, wenn die als Schild zerstört worden sind. Mhm. Und das ist das erste Spiel, was das eingeführt hat, glaube ich, vielleicht hat's was vorher gegeben, aber das erste populäre, sag ich mal, oder semi-populäre Spiel, das das eingeführt hat. Und, ähm, das hat auch so ein bisschen meine, äh, meine Neugier für Spieldesign geweckt, weil ich hab ja, ähm, Medienwissenschaft studiert und ein großer Aspekt davon ist halt Weltbau und Spieldesign, der mich da da eben vor allem voll interessiert hat. Und, ähm, das ist so ein bisschen auch damit erweckt worden, weil ich hab halt immer bloß so, du hast so und so viele Lebenspunkte, da sind Zahlen, du versuchst die auf Null zu bekommen. Und als ich dann halt Duel Masters hatte, das ist tatsächlich so ein kleines, wichtiges Spiel in meiner persönlichen Selbstfindung, ist es so, ich hab's nicht lang gespielt, aber es hat halt so diesen Neugier-Faktor, warte mal, was kann man noch mit Kartenspielen machen? Ja. Angeregt und so, ein bisschen kritischer drüber zu denken. Wie hat's denn bei dir angefangen, aber jetzt rede ich die ganze Zeit. Ähm, ja, wie mein Name es schon verrät, hab ich mit Yu-Gi-Oh! angefangen und, äh, ich hab ja vor Yu-Gi-Oh! gar nicht gewusst, dass es irgendwas gab, also, das gab's in meiner Welt noch nicht, weil ich niemand kannte, der Magic gespielt hätte. Und dann kam der Anime, ich war ja voll Anime, also, es fing schon im Kindergarten an, da kam Mila Superstar damals. Und dann fing's, grad, da kam ich grad in die Schule, kam Pokémon raus. So, erste Klasse und so. Und irgendwann, dann war ich halt voll in Anime drin und dann kam Yu-Gi-Oh! raus. Und ich weiß noch, wie der Anime lief und so weiter. Und irgendwann mal, ich weiß, es war in irgendeinem Sommer, in einem Freibad saßen wir da. Und da waren welche aus unserer Schule, die halt ein, zwei Klassen über uns waren. Und die saßen dran mit Yu-Gi-Oh! Karten. Und du glaubst es nicht. Die hatten Starterdeck Pegasus und ich glaub, Joey, Kaiba oder Yu-Gi-Oh! Also einer von denen. Und ohne Witz, da hat sich das Gefühl, das halbe Freibad versammelt, um denen dabei zuzugucken, wie die mit den Karten spielen. Weil, vor allem, du siehst es halt im Fernsehen. Und Pokémon wusstest du, ja, okay, es gibt die Pokémon hier, Figuren und bla 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 und Spiel und so weiter. Aber die Karten, die gibt's in echt. Und wir saßen alle, standen alle drumherum so. Was? Die Karten gibt's wirklich? Man kann wirklich damit spielen? Was? Also so hat alles angefangen. Und dann sind wir natürlich los und haben dann geguckt. Und einer meiner besten Freunde, der mir jetzt die Freundschaft gekündigt hat. Damals war es mein bester Freund. Warum? Egal. Einfach bescheuert, aber ist okay. Der hatte Kaiba und ich hatte Yugi. Weil ich fand die Dunkle Magier immer cooler als den Drache. Außerdem fand ich Seto immer voll so angeberisch und so. Da ging mir voll auf den Sack gefühlt. Und immer meine Drachen hier und meine Drachen da. Das fand ich immer so bescheuert. Und ja, deswegen Dunkle Magier und da häng ich immer noch fest dran. Der Dunkle Magier ist immer mein Main-Ding. Und damit hat's angefangen. Und natürlich, ich weiß ja nicht, wie du das kennengelernt hast und gespielt hast, aber wir haben halt so gespielt, wie wir's aus der Serie kennen. Also, ja, es lief wild teilweise ab. Also, wer im Gras saß, dem seine Insekten und so waren dann stärker. Und wer auf Stein saß, dem sein Stein soll dann war stärker. Und so, Quatsch. Okay. Oh, ja. Naja, es... Wir haben es halt damals kennengelernt. Da war halt, glaube ich, die... Ich kannte Yu-Gi-Oh! nicht. Und ich hab halt irgendwann mal... Hausaufgaben gemacht und deshalb ein Kumpel vorbeikommen. Weil in so einem kleinen Dorf wie ich hat's damals keine verschlossenen Türen gegeben, effektiv. Kenn ich sowas. Sowas bei uns auch. Bei uns gingen die Freunde auch immer ein und aus wie... Sie sind einfach durch den Garten rein. Ja, genau. Und genau, ich hab halt Hausaufgaben gemacht. Und dann hat er halt den Fernseher gemacht, bis ich fertig war. Und dann hab ich das Yu-Gi-Oh! gesehen. Und er hat's halt schon gekannt. Und bei uns beim Bäcker damals... Beim Bäcker? Ja, genau. Der Bäcker, der ist halt die Cousine von dem guten Kumpel von uns, der schon ein bisschen älter ist. Und die hat halt tatsächlich... Wir haben ein bisschen so geredet. Und das war halt auch so ein... Jeder kennt sich. Und der Andi, mein Freund damals, der ein bisschen älter war, mit zehn oder elf zu dem Zeitpunkt, der hat halt quasi seine Tante dann dazu mal quasi so ein bisschen überredet, ja, mit dem Yu-Gi-Oh! Zeug, das mitzumachen. Und dann hat's beim Bäcker tatsächlich bei uns Yu-Gi-Oh! Booster gegeben. Und die Starter-Decks... Oh, nein! Die wir dann auch irgendwann gehabt haben, neben der Brezel. Oder Laugenstange mit Käse. Und niemand hat eine bessere Käse-Stange gemacht, als diese Bäckerei damals. Auf der ganzen Welt. Hört's auf. Ich hab auch so einen Nostagi-Bäcker bei mir. Also nicht jetzt hier, wo ich wohne, in Thorsten. Hier jetzt nicht, sondern im Süden damals. Also hier ist katastrophal. Genau. Aber dann haben wir uns halt... Ich hab auch das Yu-Gi-Deck damals gehabt. Weil die Kaiba-Decks waren alle schon ein wenig so vergriffen. Und irgendwie bin ich mit zwei Kopien davon geändert. Weil wer hatte das? Und so wie ich mich daran erinnern kann, ja, der Spazie-Mangiel war der Selling-Point. Aber der eigentliche Selling-Point war eben der herbeigerufene Totenkopf. Oder Summons-Gall damals. Ja. Uh, der war Hammer. Der war heftig. Der braucht nämlich nur ein Tribut, das ist genauso stark. Ja. Und das war tatsächlich, glaube ich, das... Und ich hab nämlich... Es ist nämlich sehr komisch, wenn ich das jetzt Leuten sag, weil ich hab weirden Shit gespielt. Ich hab nie das Pokémon-Kartenspiel gespielt. Nee. Das hat damals bei uns... Niemand hat die Regeln gekannt. Und das war eben... Mir zum Beispiel war das schon immer so ein bisschen wichtig, damit es einigermaßen geklappt hat mit den Regeln. Und mein Kumpel, der halt älter war, der hat uns halt quasi erklärt, wie Yu-Gi-Oh! funktioniert. Okay, mit 8000 Lebenspunkten wussten wir dann irgendwann. Und alles. Also wir haben erst angefangen mit denen, hey, wie in der Serie mit 2000... Nein, das sind 4000... Nein, das sind 8000 und so. Ja. Irgendwann ist man mal rübergegangen zu ihnen und hat die Regeln gelernt. Genau. Es war halt schwer, weil damals waren viele der Karten nur auf Englisch. Auch für uns. Aber wir wussten... Aber zum Glück hat es damals noch nicht so viele Effekttexte gegeben. Und die, die man kannte, haben sich eh rumgesprochen. Also, was ein Sanghan macht. Oder ein, äh, äh, Menschenfresserkäfer oder so. Ja. Ja. Aber... Damals hattest du auch nur eine Handvoll Effektmonster. Da hast du auch nicht so viel gebraucht. Aber bei uns war Pokémon halt immer so, wenn wir Pokémon spielen wollen, dann spielen wir Pokémon. Und wieso brauchen wir ein Kartenspiel dafür? Weißt du, das ist, glaube ich, was bei uns als Kind dadurch war. Ich hab mal kurz... Pokémon online gespielt, als ich 14 war oder so, hab mir da ein Deck gekauft. Also, mit dem Online-Simulator. Und mir hat's gar nicht so getaugt. Wobei es ja eigentlich ganz cool sein soll. Aber irgendwie hat mich da das Spiel selbst nicht gerissen. Weil, man muss es halt so sagen, wenn ich's... Ich hab das bis heute. Pokémon braucht für mich, glaube ich, dazu unbedingt ein Kartenspiel. Weil es ist ja schon ein Spiel. Ja. Universel. Verstehe ich. Verstehe ich. Also, ähm, ja. Ja, bei mir kam der erste Schlag oder so. So, Weltanschauung von Yu-Gi-Oh! Wie das funktioniert. Als wir mal... Also, wir wussten, es gab Magic. Das war aber für die großen Kids oder für die Erwachsenen so. Für das alte Leute-Kartenspiel damals für uns. So gefühlt. Weil wir waren ja die jungen Kids. Aber da war auch einer, der war halt auch älter. Also, ich glaub schon in seinen 40ern. Der auch Yu-Gi-Oh! Aber auch Turniere gespielt hat. Und mit dem haben wir uns dann mal hingehockt und gespielt. Da hat er uns in zwei Zügen fertig gemacht. War ja ganz klar. Und der hat uns immer... Und hat uns dann sozusagen ein bisschen beigebracht, wie das eigentlich funktioniert. Weil wir sind erst dran und haben halt so unsere Sachen gespielt. Und der so... Ja, warte, 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 warte. So kannst du das nicht spielen. Du musst dir Monster opfern. Und ich so, hä? Was? Nein, müssen die nicht in der Serie. Opfern die keine Monster? Die spielen die einfach. Also mach ich das auch. Und da hat er uns auch diese ganzen Phasen erklärt. Main Phase 1, Battle Phase, Main Phase 2. Und der ganze Quatsch. Und erst dann haben wir dann angefangen, richtig Yu-Gi-Oh! zu spielen. Und dann hat es noch mehr Spaß gemacht. Weil, wenn du es dir halt so vorstellst, wenn du halt immer überlegst und du nicht immer draußen spielst, so, shit, ich hocke jetzt nicht auf Stein. Mein Stein ist jetzt nicht stärker als seine Krass-Motte oder was da ist. So, äh, kacke. Jetzt funktioniert mein Deck so nicht. So, weil du immer schon ein bisschen überlegt hast, okay, ich muss irgendwo da sitzen damit. Dann ist mein Deck stärker. Und so, dann macht es mehr. Sandkasten, Bro. Ja, genau. Sandkasten jetzt in meine Sand. So, bescheuert. Aber damals hast du auch ohne Sleeves gespielt. Du hast sie halt einfach mit Gummiband drum und let's go. So, also, ja. Ja. Und Pokémon-Karten habe ich auch, ich habe immer nur ein paar mal gehabt. Äh, ich habe halt nie jemanden gefunden, der das kann. Weil, wenn du Dorfi bist, entweder machen alle den gleichen Shit und wissen dann, wie es geht. Oder es kann halt keiner, so. Und ich habe mir mal ein Starterdeck geholt. Damals, oh mein Gott, das ist schon richtig lang her. Was war das? Oh, Smetbo oder sowas? Irgendwie sowas. Oder ein, oh, ich weiß nicht. Es war aber irgendein krass Pokémon-Starterdeck oder so. Und ich gucke mir halt die Karten an und denke mir so, boah, sind die cool hier, die sehen cool aus. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Und ich habe es auch nicht verstanden. Jetzt im Nachhinein hat mir, so bin ich auch eher zu Magic gekommen. Jetzt mal kommt der Sprung so. Ähm, als mir Yu-Gi-Oh! angefangen hat, auf den Sack zu gehen, habe ich hier einen kennengelernt. Der, der, der Striker Cosplay, der war auch schon öfter bei mir im Podcast. Der hat halt Pokémon gespielt und hat mir dann erklärt, wie es geht. Und daher kannte ich dann auch das mit dem Mana und so, weil ein Pokémon muss ja Energie an die Pokémon anlegen, um ihre Fähigkeiten machen zu können. Und das ist ja so ähnlich wie Mana, bloß, dass es halt Pokémon-spezifisch ist. Das heißt, wenn du Gras-Energie benutzt, dann geht es halt nur für dieses Pokémon. Und da hast du halt nur eine aktive Kreatur, also ein aktives Pokémon und so. Also ja, Pokémon funktioniert halt anders. Und da dachte ich mir so, ja, nice. Dann gucke ich mir das mal an, weil Yu-Gi-Oh! hat mich damals schon langsam abgefuckt. Liegt einfach daran, ich bin kein kompetitiver Spieler. Und das erschließt sich mir jetzt immer mehr, vor allem seit unserem letzten Podcast, wo du dabei warst, wo auch euch aufgefallen ist, ich bin halt voll der Commander, also der Spaßspieler. Und halt, das Flavor muss stimmen. Und wenn ich halt nicht kompetitiv spiele und in zwei Zügen verliere, weil mein Deck einfach nicht darauf ausgelegt ist, zu gewinnen, sondern einfach nur Quatsch zu machen und Spaß zu haben, dann fuckt mich das irgendwann ab, weil ich komme ja nicht dazu, irgendwas zu machen. Und dann nervt mich das. Dann habe ich keinen Bock mehr. Und ja, deswegen hat mich Yu-Gi-Oh! ganz schnell abgefuckt, weil, also es ist ja heute noch so, ich habe, oh mein Gott, ich habe mir heute Morgen erst mal, da gibt es irgendwie ein neues Dark Magician Support Ding oder so eine Magician Karte, die halt sagt, du brauchst 25 Karten im Friedhof, dass du die spezial beschwören darfst. Anders darfst du die nicht spielen. Und ich denke mir so, what the, warte mal, Yu-Gi-Oh! ist in zwei Zügen vorbei, wie willst du das machen? Und dann gucke ich dem zu, wie der eine halbe Stunde in Master Duel sein Deck die ganze Zeit mit. Eine halbe Stunde ging es einem zu, dass jemand dranhockt und dem eine halbe Stunde das machen lässt. Weil auch das Gegnerische, der gleichzeitig mitge... Der hat eine halbe Stunde mit sich selber gespielt. Ja. Bis er dann einmal die Karte spielen konnte. Und ich dachte mir so, ach, was ist aus Yu-Gi-Oh! geworden? So. Ich gucke eine halbe Stunde zu, wie der mit sich selber spielt, bis ich überhaupt was machen darf. Und dann darf ich nichts machen, weil er dann wieder zehn Games da liegen hat. da hilft auch keine Handtrap mehr. Da ist das Spiel vorbei, wenn das ganze Deck schon durchgelaufen ist. Ich meine, Yu-Gi-Oh! geht ja gerade tatsächlich durch einen Tier-Zero-Format. Und ich weiß das, weil ich wieder Yu-Gi-Oh! angefangen habe vor kurzem. Ja. Ich sage es mal, weil für mich, bevor wir jetzt weitergehen, weiter mit der Story, ich habe immer so gerne zwei Modus. Es gibt so für mich den Casual-Mode, wenn ich halt irgendwie so ein random Spiel hole. Also das war halt damals, was war es? Kaijudo hieß das, glaube ich, irgendwann einmal, als das rauskam. Ich habe mir öfters mal einfach Decks geholt, die ich einfach mit den Leuten spielen konnte. Ich glaube, es hat auch so ein Net Final Fantasy, das ist falsch. Und so bin ich halt auch an sehr viele komische Spiele gekommen. Force of Will, was damals sehr cool ausschaut, das Sonic-X-Karten-Spiel. Ja, genau. Aber für mich waren die halt immer so, okay, ich habe Lust, effektiv ein Brettspiel mit einer Person zu spielen. Weil die meisten Brettspiele, die du nur zu zweit spielen kannst, sind halt irgendwie blöd. Ja. Genau. Und ich bin sehr kompetitiv, weil im Gegensatz zu dir wurde ich halt damals die Person, die halt schon älter war, auch ins Gymnasium ging und so. Irgendwann hat die auch uns gejaterlockt, Chaos Emperor Dragon gejaterlockt. Und sein Bruder, mit dem wir Magic gespielt haben, der hat, glaube ich, kurz danach kam Mirrodin raus und er hat halt Elfen gespielt, Elfball. Und wir mussten halt irgendwie dann Taktiken entwickeln und haben irgendwann für die Grabwächter-Sachen Zeug gesammelt, damit wir endlich dieses blöde Chaos Imperator decken, damit der dann halt einfach wieder zwei Karten banischen kann und das ganze Board wiped und alles. Das war schon eine heftige Zeit damals. Genau. Aber ich fand es auch cool und deswegen habe ich immer so diese kompetitivem Aspekt, den ich gerne in One-V-One habe und diesen Casual-Aspekt gerne ein bisschen getrennt. Am liebsten habe ich den auch, deswegen habe ich jetzt irgendwann vor kurzem für mich gemerkt, weil ich bin zwar ein Magic-Podcast, ich spiele Magic extrem gern, ich liebe Draft und ich liebe Commander und ich kann mit den Eins-gegen-eins-Constructed-Dingen deswegen nichts damit anfangen, wirklich. Das ist eben für mich so ein großes Problem von, ja, aber das ist quasi, das möchte den kompetitiven, die super kompetitive Person aus mir rausbringen für Constructed, die sich da Gedanken macht, tagelang, wie sie das Deckbau verbessert. Draft mag ich immer noch, weil es ist quasi, ich weiß ja vorher nicht, was mein Deck sein wird, ich habe Strategien und so, das ist nochmal was anderes. Aber, ich habe dieses super kompetitive Deckbau-Meta-Game einfach irgendwie vermisst in Magic, weil ich habe einfach wenig Glauben an Modern mehr gehabt, nach den Modern Horizons-Sachen. Das hat mir so ein bisschen die Lust darauf gekillt, also dieses Modern-Set hat mir Modern gekillt. Viele sagen, es hat den Modern gerettet oder verbessert, aber ne, ne, und deswegen habe ich das halt seit Jahren lang noch gehabt, aber ich habe schon immer noch Lust und deswegen bin ich halt zu meinen Old-Favorites-Yu-Gi-Oh! gekommen wieder. Und ich wollte ja ein paar andere Sachen dazwischen spielen, darauf werden wir da auch nochmal kurz eingehen, also von Digimon zu Flash & Blood zu sonstiges, aber am Ende habe ich mich halt dann doch dafür entschieden und ja, dieses Hand-Trap-Game ist was Interessantes mit diesen 16, 17 Minuten Zügen, die passieren können, aber die tatsächlichen Decks, die halt gut sind, weil, ha, wenn dieses Deck uninterrupted ist, kommen zwölf Negates. Ich habe noch nie einen, ich habe ein Yu-Gi-Oh! Spiel bis jetzt gespielt, wo der andere eine Full-Combo hatte und es keine Interruption gegeben hat. Krass. Das passiert einfach nicht. Also, klar, für dich ist es halt, passiert das wahrscheinlich öfters, weil die ja ästhetisch so, ich will aber nicht Ash-Belossium spielen, ich will aber nicht Riesekarte spielen, ich will aber nicht. Ja, ich habe die halt drin, weil sonst geht gar nichts, also sonst geht wirklich nichts. Ich muss die halt drin haben und es ist ein Schandfleck in meinem Deck, so, was will ich mit dem scheiß Zombie-Mädchen in meinem Magierdeck, die ist falsch da drin, aber ich muss sie spielen. Und ich fand es halt zum Beispiel super interessant herauszufinden, okay, die Leute, Feuer ist, also, Firedecks sind gerade unglaublich stark und Ash-Belossum ist halt eine Feuerkarte und die können darüber extenden und dann ist halt so, was ist, wenn ich Ash-Belossum cutte, weil wir sind eh in einem Tier-Zero-Format und dann was spielen, mit denen sie nicht extenden können oder durch eine andere Line gehen müssen, durch die ich besser spielen kann. Und dann habe ich meine Ash-Belossums gecuttet für Skalmeister und ein paar andere Sachen und dann ist es halt so, hm, dann zwinge ich die folgendes zu machen und ich mag dieses Metagame da schon sehr und auch dieses, wie viele Handtraps braucht es, wie viele Boardbreaker braucht es. Ich bin vielleicht, ich bin vielleicht eine andere Person, aber es hat, bis jetzt spricht es mich tatsächlich sehr an, aber es spricht mich auch sehr an, weil, ähm, niemand Flash & Blood spielt. Oh, das, das klingt ja echt traurig. Ähm, ja, ähm, ja, ähm, was mich halt von Yu-Gi-Oh! auch weggedrängt hat, waren die 10km-Texte auf den Karten, die immer größer und immer kleiner werden, weil mich das irgendwann genervt hat, okay, es muss erstmal auf jeder Karte stehen, also jedem Boss-Monster stehen, hier bleibt ohne Effekte von Karten-Effekten, so hast du schon zwei, drei Zeilen, dann kommt los, äh, kann nicht als Ziel von Monster-Effekten werden, wieder zwei Zeilen und dann kommt der eigentliche Text erstmal von der Karte, was die überhaupt macht und dann kommt noch irgendwas, so und wenn ich mir halt so eine Karte angucke, ich hab jetzt keine greifbar, alter, es ist halt echt ein ewig, ewig langer Text und dann hockst du halt auch auf Turnier, also ich hab dann echt versucht, Locals ein bisschen zu spielen, aber da hockst du, ja, was macht die Karte und dann, und selbst wenn der Gegner schon dran hockt, uff, also, dann nimmt er die Karte hoch und liest sie erstmal zehnmal durch, weil er weiß schon auswendig, was sie macht, kann sie aber irgendwie nicht erklären, so und dann, 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 dann hockst du dran und versuch die zu verstehen und dann heißt sie ja hier, Timer und du hockst halt dran und denkst so, ja, okay, scheiß drauf, mach einfach so, ähm, weil da liegen fünf Karten mit ewig langen Texten, die er innerhalb von zwei Sekunden rausgeballert hat und das ist halt irgendwie, was mich halt ein bisschen echt gestört hat oder was mich davon abgebracht hat, aber ja, äh, du kommst auf Flash and Blood, ich hab's ausprobiert, ich versteh's nur noch nicht so richtig, ich hab's halt auf der Spielmesse ausprobiert und es ist irgendwie cool, du hast halt deinen Helden, also, müsst ihr mich eigentlich richtig packen, weil du hast halt deinen Helden und darum, darauf basiert dein Deck so, aber, ich hab halt, A, nicht viele hier zum Spiel, wobei jetzt in meiner Magic-Gruppe gibt's, hab ich kennengelernt, dass der Bruder von dem einen irgendwie auf Weltmeisterschaft geht, also der soll ein richtig krasser Crack sein, was, äh, was Flash and Blood angeht, ähm, und er selber spielt auch ein bisschen, aber bisher hab ich nur so ein Test-Deck von der Spielmesse, aus Essen, von letztem Jahr, ähm, und ich war auch so kurz davor, wirklich, so kurz davor, mir dieses, äh, Round-the-Table-Ding zu holen, ähm, wo du vier Decks hast, und das, sowas würde mich reichen, weißt du, ich hab vier Decks, und let's go, ähm, weil ich halt ein Fan vom Professor bin, vom Tolerian Community College, guckt gerne seine Videos und die, die Sachen, und dass der halt irgendwie so ein Deck gekriegt hat im Flash and Blood, ist halt schon cool, und da dachte ich mir so, ja, krass, äh, zieh ich mir mal rein und guck ich mir mal an, aber, da hat sich jetzt meine Restriktion selbst dahin gerafft, dass ich eine Frau habe, die auch gesagt hat, äh, du fängst jetzt nicht noch Kartenspiel an, du hast jetzt erst mit Magic angefangen, du fängst jetzt nicht noch eins an, und ich dachte mir auch so, ja, hat sie eigentlich recht, ich putter eh schon genug Geld rein, und, ja, ähm, so hat das bei mir aufgehört, aber, ähm, wir kommen jetzt mal auch, also, Flash and Blood ist, ich, ich würd's mit dir spielen, wirklich, also, ich würd, ich wär bereit, mir ein Deck zu holen, und dann mit dir halt über, sagen wir, Spelltable oder so, regelmäßig zu spielen, wenn du dazu Bock hättest, ähm, und uns mir auch erklären zu lassen, aber ich bin halt dein einziger Gegner, und du wirst schnell Langeweile mit mir haben, weil ich halt nicht kompetitiv bin, und irgendwann dann kein Gegner merkt für dich, äh, weil du halt bestimmt irgendwann mal aufrüstest, und dann halt dran hockst, und so, ah ja, ich weiß, was sie macht, ich weiß, was er macht, ich weiß, was er macht, er macht immer das Gleiche, es wird sich nicht ändern, so, ähm, naja, vor allem, vor allem das Problem ist ja auch mit den, äh, mit, mit Flash and Blood, ich will ja dieses 1 gegen 1 Format genau, um kompetitiv zu sein, das ist ja genau die, die Nische, die mir ja fehlt, ja, ja, oder wenn es für eine lange Zeit fehlt hat, bis ich sie wieder ersetzt habe, und, äh, ja, da, äh, das ist halt, aber ich hätte halt auch super gern Flash and Blood gespielt, aber wenn es halt niemand in der Nähe zockt, oder so, ich hab zwar 4 Decks, also 4 von den Starter-Decks gehabt, und, äh, hab damit auch schon Leute gespielt, und jeder, der es gespielt hat, mochte es, aber man kann halt die Leute, bloß weil es die Leute mögen, heißt ja nicht, dass es anfangen, ich hab's halt quasi, ich hab's halt effektiv gezeigt, die Leute so, jede einzelne Person so, das ist eigentlich ziemlich cool, aber kein, aber es gab halt keine Konversion, und dann ist halt so, hm, ja, es ist, ich schau mal weiter, ich kauf mir mal ein paar Digimon Decks. Ja, es ist halt echt schwierig auch, vor allem, wenn du halt jemanden hast, der hat schon wirklich, wenn irgendwas voll drin ist, den zu zeigen, hier, guck mal das Neue an, so, ich mein, es kommt grad richtig viel neuer Shit raus, und da ist halt, viele denken sich halt auch, ja, wenn ich da jetzt anfange, und Geld reinbutter, und es in zwei Jahren nicht mehr supportet wird, und ausstirbt, wie einige Kartenspiele, die das, bei denen das schon passiert ist, ähm, ist halt immer schwierig, wie zum Beispiel, ich mein, jetzt kommt, jetzt kam Lokana raus, ähm, da läuft der Hype immer noch, es ist Disney, das läuft einfach, kann man sagen, was man will, äh, das läuft, jetzt kommt Star Wars raus, im Moment ist der Hype groß, äh, also, ich krieg's, ich krieg's ja von meinem Kollegen mit, ähm, also, die rufen jetzt, jeden Tag schon an, hey, wann kriegt ihr das rein, wann wird das abgeschickt, und so, obwohl der Release erst nächste Woche ist, also, die Leute sind echt, die wollen, haben Bock auf Star Wars, und ich hab's mir auch, ich weiß nicht, ob du's dir angeschaut hast, aber ich hab's mir auch angeschaut, auf der Spielmesse, und ich sitz halt dran und spiel das, und denk mir so, ja, es ist halt Magic, los mit Star Wars, und ein bisschen abgeändert, äh, aber an sich, könnte man, anstatt jetzt Luke Skywalker, dann Teferi hinsetzen, und als Gegner ne, äh, Liliana, und dann, ist meine Base halt, ne Base auf, keine Ahnung, Ravnica, und, äh, es gibt einen Flugkampf, und es gibt einen Bodenkampf, so, ähm, aber an sich, du hast ja auch irgendwie, du kannst auch jede Karte, so wie bei Locana, als Ressource verwenden, in Star Wars, und dann hast du halt auch deine, wie, wie Mana, ich weiß halt nicht mehr, wie die Ressource da hieß, ähm, hast halt auch dein Mana, was du auch tappen kannst, und so ein Zug läuft auch ein bisschen crazy ab, weil, du machst was, dann darf dein Gegner was machen, dann machst du wieder du was, dann darf wieder dein Gegner machen, so lang, bis, bis der Erste nichts mehr machen kann, und dann kriegst du die Initiative, irgendwie sowas, und du darfst dann als nächstes den Zug anfangen, aber irgendwie, es ist ein bisschen verwirrend, und es gibt halt extra zwei Räume, zwei Kampfräume, also einen für Bodenkampf, so eine Sektion auf dem Spielfeld, und eine für den Flugkampf, und wenn du halt kein Fluggerät hast, dann greift er dich die ganze Zeit an, und du kannst halt nichts machen, gegen das Fluggerät, äh, und so ist es auch mit dem Bodenkampf, also, Flying, ja, ist genau der gleiche Kram, aber, aber, ja, ähm, es ist cool, also ich, ich find's cool, also, ganz ehrlich, ich werd mir auch Starterdecks holen, so ist ja nicht, falls mal jemand kommt und sagt, ey, ich spiel Star Wars, ich so, ja, kein Problem, ich hab ein Starterdeck, wir haben jetzt auch Lokaner Starterdecks, falls jemand mal sagt, ey, ich will Lokaner spielen, so, ja klar, ich hab Starterdeck, lass loslegen, so, aber ich will da nicht richtig tief rein, ich, 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 ich weiß nicht, ob Star Wars groß genug ist, ich mein, es ist immer mal wieder da, es ist immer mal wieder ein Hype da, ich mein, es war, als, als, als Mandalorian rauskam, war der Hype wieder riesig auf Star Wars, und dann, dann war es wieder recht abgeflacht, wenn man jetzt guckt, die neueste Staffel kommt, glaub ich, irgendwann mal bald wieder raus, äh, der Hype ist nicht mehr da, so, niemand spricht mehr drüber, jetzt ist es halt da, ich hab halt Angst, dass es halt floppt, so, das ist halt, mein Ding, erst ab zwei Jahre oder so, geh ich mal davon aus, dass, dass es sich hält, also, wenn es wirklich immer wieder verkauft wird, und so weiter, aber ich merk's auch wie bei Digimon, ich hab nämlich, damals, als Corona anfing, und so weiter, ähm, konnt ich auch nicht Yu-Gi-Oh! spielen, konnt ja niemand, und so weiter, und irgendwann hab ich mir überlegt, Alter, Yu-Gi-Oh! fuck mich ab, so, ich spiel zwar Rush Duel, aber hab ich auch niemand zum Spielen, weil alles nur japanisch, und Digimon läuft ja anscheinend, und das ist der große Shit gerade, und ich liebe Digimon mehr als Pokémon sowieso, ja, dann guck ich mir das an, und bin dann mit BT7 oder so eingestiegen, und ich mag's jetzt immer noch, ich bin aber auch, also, was, was kaufen technisch geht und so, bin ich auch relativ raus, äh, weil's in meinem Shop auch schon nicht mehr gibt, also ich hab vorher in nem Shop gespielt, Locals und so weiter, die haben mir jetzt gesagt, weil ich konnte auch lange Zeit nicht wegen Arbeit und so, weil's auch immer am Wochenende war, zum Glück war's am Wochenende, ähm, konnte ich Wochenende ab und zu mal mitspielen, ähm, aber die meiste Zeit konnte ich halt nicht spielen, und aufgrund von Inaktivität haben sie halt gesagt, ja, lohnt sich nicht, äh, Digimon zu machen, und, und Digimon wurde ja auch jetzt sozusagen von One Piece abgelöst, Bandai hat sich selber ins Bein geschossen, so ein bisschen, äh, weil One Piece ganz groß, da kam die Serie auf Netflix, noch mehr Hype, ähm, ich hab's nicht angefasst, ich hab's nicht angeschaut, ich werd's auch nicht anfassen und anschauen, äh, jetzt werd ich voll den Hass kriegen, aber ich, ich kann keine Piraten leiden, ich mag keine Piraten, deswegen interessiert mich One Piece nicht, und deswegen interessiert mich das Kartenspiel nicht, auch wenn es grad der krasseste Shit whatever ist, ähm, und alles immer abverkauft ist, jedes, also ich, ich krieg's halt mit vom Händler, äh, jedes Ding, was er reinkriegt, sofort ausverkauft, und, äh, es wird andauernd nachgefragt, aber One Piece ist nicht mein Ding, und ich hab halt echt Angst um Digimon, weil Digimon echt ein extrem geiles Kartenspiel ist, und es ist so schade, dass so wenig Leute spielen, aber es liegt auch daran, ganz ehrlich, wobei, bei One Piece funktioniert's ja auch, aber die Karten sind halt alle englisch, und du hast, das Problem ist, One Piece ist halt allgegenwärtig, Digimon halt nicht, die Kinder kennen One Piece, aber die kennen kein Digimon wirklich, äh, weil es kein Anime und so weiter gibt, und zu wenig Werbung für Digimon gemacht wird, aber da ist ja, man ja selber dran schuld, so ein bisschen, ähm, ja, es ist halt schade, der Anime-Sache ist halt immer so relevant, wie es halt damals war, äh, weil du hast ja Fernseh geschaut, und dann hattest du die Chance zwischen drei, äh, verschiedenen animierten Programmen nur, es war, was auch immer Super-Attail war, was Bukito war, und, äh, wenn du es wusstest, was, dass auf Tele 5 auch manchmal was läuft, oder abends MTV. Ja, MTV, wie war, Alter, aber da lief da richtig krasser Shit. Da war dann Helsing dabei. Da war Helsing, da war Ghost in the Shell. Für Leute, die Golden Boy nicht kennen. Ja, Golden Boy, und, und da lief auch Gundam und, und, und Evangelion und so, wovon ich erst später erfahren habe, so. Ja, aber ja, es ist halt schade, weil ich liebe das Digimon-Kart-Game, aber selbst bei mir hat sie, hat der Hype halt auch ein bisschen aufgehört, weil ich halt niemanden habe zum Spielen. Magic habe ich jetzt so viele Leute, macht ultra viel Spaß. Mein Bruder, äh, mit dem ich ja auch sehr viel gespielt habe, also, mit der, mit dem spiele ich Commander, der spielte gerade auch Yu-Gi-Oh! mit, und, ähm, der hat mit seinem Kumpel damals, Cardfight Vanguard, hieß das. Oh ja, das, sehr viel gespielt. Das hat mir dann getaugt, vor allem das erste Spiel, wo ich, wo sie mir, äh, quasi zeigen wollten, war eins, wo ich dachte habe, ich gewinne, und dann wird so ein Heal-Trigger revealed, als letztes Leben, und dann hat er doch nicht verloren, und dann wurde ich geotikert, so. Okay, das kann mir jetzt irgendwie, weil, ich, weil, weil ich habe mir, das war schon während einer Zeit, wo ich tatsächlich schon auf einer YCS gespielt habe. Also, und dann war es halt so, okay, mir kam es so vor, als hätte ich alles richtig gemacht, und ich habe verloren, komplett aus Glück. Also, 100 Prozent. Ich war eh schon in einer beschissenen Situation mit dem Deck, was sie mir gegeben haben, was kein schlechtes Deck war, aber, ähm, ich hatte kein gutes Matchup als erstes Spiel überhaupt. Ich habe es perfekt navigiert, einen Three-For-One rausgekaut, irgendwie, mit dem, was ich hatte, und dann habe ich trotzdem verloren, weil halt die letzte Karte so ein Heil-Ding war. Ja, okay. Vor allem wäre die vorher gekommen, hätte es auch nicht verloren. Es war relevant, dass es die letzte Karte war, die aufgedeckt worden ist als Leben. Ah, okay. Genau. Ähm, na gut, dann, äh, aber, das ist halt auch so, aber wie möchtest du Kart-Fan-Vengard überhaupt anfangen? Weil, weil es ist Bushiroad, und, äh, du hast jetzt gesagt mit Digimon, es gibt einfach so Unternehmen, die ich jetzt halt über die Jahre nicht mehr so vertraue. Also, äh, Bushiroad hat ein unglaub, hat als Unternehmen unglaublich komische Release-Schedules. Okay. Also, Kart-Fan-Vengard, ähm, hatte so Clans, so wie ich es, so wie ich es verstanden habe. Mhm. Ich sage mal, es sind mehr, aber 16 Clans, und jedes Set hatte vier, hatte Support für vier Clans. Ah. Das heißt, du hast nur alle vier Sets Support für deinen Clan bekommen. Mhm. Aber, es kam jeden Monat ein Set raus. What? So, so in der Art hat es, also mittlerweile nicht mehr, aber so war das halt. Und ich habe so, okay, darauf habe ich keinen Bock. Ja. Dann ist es so, ja, das sind weiß-schwarz, weiß-schwarz, ja, und dann sind andere Kartenspiele auch in den Kartenspiele laupt. Hä? Hä? Wie, ja, äh, irgendwie Karten aus anderen Kartenspielen, die müssen alle nur den gleichen Back haben. Aber dann sind sie auch, für das Spielsystem erlaubt. Ah, okay. Okay. Äh, und leider ist, ähm, okay, ich finde halt Bushiroad in dem Sinn halt echt weird, aber wenn man sagt, hey, ich vertraue den Unternehmern nicht mehr unbedingt, ähm, Digimon, weil mir ging es ähnlich, ich fand es cool, ich wollte es anschauen, ich habe mir Decks gekauft, ich habe sie zusammengebaut, es waren halt nur so sechs, sieben Leute da, die das gespielt haben, aber immer noch genug für die Locals. Mhm. One Piece kam raus, alle haben One Piece angefangen, dann waren drei, nur noch zwei, drei Leute für Locals da. Ja. Und dann haben die, wurden die auch konvertiert und irgendwann haben halt, hab halt ich dann einfach aufgehört, weil die Leute, weil effektiv hat One Piece halt die ganzen Digimon-Leute bei uns weggenommen. Ja, bei uns auch, den einen oder anderen, der war dann auch sofort weg und dann kam Magica der Ringe und dann sind auch ein paar mit mir dann zu Magic gewechselt, aber Digimon bleibe ich, also ich bleibe Digimon immer noch treu, also ich werde jetzt, ich kann mir jetzt keine neuen Displays oder so leisten, aber ich spiele es immer noch gerne und ich werde es auch immer weiter gerne spielen. Ja. Also mir hat es Spaß gemacht, ich kaufe mir auch immer noch die neuen Starterdecks, weil die sind ganz lustig, gegeneinander zu spielen. Ja, also Starterdecks habe ich mir auch immer. Aber das ist jetzt halt von was, wo ich sage, hey, ich sehe da eine competitive Zukunft für das, was ich wollte, zu dem ich gesucht habe, zu, das ist jetzt effektiv ein Brettspiel, was ich jetzt hier habe. Was ich einfach mal auspacke mit Leuten, die halt schon die Dinge haben, dass einfach ein paar Decks gegeneinander spielen. Und ich muss sagen, Star Wars ist so eine IP, die hatte damals ein Kartenspiel ja schon, das sogar relativ populär war, aber mit den Lizenzkosten nicht hinterhergekommen ist. Dann gab es ein digitales Spiel davon, was mit den Lizenzkosten nicht hinterhergekommen ist. Dann glaube ich, hatte Fantasy Flight Games sogar ein Star Wars Spiel, das sie dann gekündigt haben. Weil irgendwann waren die Lizenzkosten zu hoch. Das ist jetzt das Zeug, aber sind die Lizenzkosten für das neue Star Wars Spiel zu hoch? Ich weiß es nicht. Aber würde ich das Risiko eingehen, dass es deswegen wieder eingestampft wird, wenn es schon dreimal passiert ist, dass effektiv Spiele eingestampft worden sind, weil die Star Wars IP zu teuer wurde für das, was sie eingebaut haben und wirklich nur den Hype hinterher hatten. Ja, deswegen werde ich damit auch tatsächlich nicht anfangen und deswegen habe ich es mir auch gar nicht angeschaut. Manchmal, wenn man so die Legacy von verschiedenen Kartenspielen kennt oder von lang genug dabei ist, dann hat man halt schon so ein paar rote Flaggen. Was ich ganz gerne hätte, wäre, dass mir Leute Vampire, das heißt nicht mehr Jihad, die Eternal Struggle. Es gibt einen Grund, weswegen es nicht mehr so heißt. Ich glaube, die Eternal Struggle heißt es jetzt. Es ist tatsächlich wieder 2019 oder so, kurz vor Corona, wurde es wieder auferlebt. Das war damals tatsächlich ein Spiel, ist ein Spiel von Richard Garfield, von den Magic-Erfinder Erfinder vom Orientalen. Auch damals durch Wizards of the Coast und dann haben sie das tatsächlich wieder belebt kurz davor. Das hat mich zum Beispiel einigermaßen interessiert, weil ich habe sechs Jahre meines Lebens Vampire gespielt, als Pen & Paper. Außerdem ist Vampire the Masquerade eins meiner allerliebsten Computerspiele. also zumindest wenn es zum RPGs geht. Deswegen habe ich da schon öfters mal ein Geliebäugelt, aber ich weiß halt, dass effektiv ich und meine alte Pen & Paper Gruppe die einzigen sind, die dafür interessiert ist. Weil wenn du sagst, hey, es ist ein Vampire-Spiel rausgegangen, sind sie meistens was? Ein was-Spiel? Ja. Ja, ich meine, ja. Nee, nee, erzähl weiter. Dann googeln sie und sehen so, Mensch, das Spiel hieß G-Hat. Ja, krass. Nee, also, es gibt auch ein Kartenspiel, was ich ultra gefeiert habe, aber niemand zum Spielen hatte, war das World of Warcraft Kartenspiel. Weil ich ein riesen, 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 riesen World of Warcraft Fan bin. Ich meine, wir haben erst vor zwei Wochen, war es glaube ich, für mich ein Druiden-Deck erstellt in Magic, weil ich gerade auf einem Privatserver, weil ich gerade Privatserver spiele, ein Zombie-Bären-Spiel mir ein Bären-Commander-Deck gebaut, weil ich, also, das war so cool damals. Das System war mega geil. Ja, und vor allem, es gibt auch Raids, die man machen kann und die sollen ultra schwer sein und ultra viel Spaß machen. Aber ich hatte damals, niemand, das mit mir gespielt hat. Ich hatte nur so ein Starter-Deck, das ist dann irgendwann auch vergammelt. Jetzt habe ich, oh, du bist eingefroren. Oh. Liegt das an mir? Nö, das liegt an irgendwas. Moment. Technische Problem. Kein Problem. Ich erzähle so lange weiter. und einer meiner Kumpels hier hat mal gesagt, ja, hier kannst du vielleicht 30 Euro auf meine World of Warcraft-Kartensammlung bieten, damit es höher geht. Ich will es nicht verschenken und dann habe ich es am Schluss für 16 Euro oder so ersteigert. Und er hat gesagt, wenn du es für 16 Euro haben willst, kannst du es auch haben. Und hier bin ich, jetzt habe ich zwei, ein Onyxia-Raid-Deck, ein Ragnaros, ein Mountain Core-Raid-Deck und zigtausend Karten, aber ich weiß nicht, wie man spielt. Und ich hätte ultra Bock, das zu spielen. Muss nur Leute finden, die das mit mir spielen. Da hätte ich halt auch Bock drauf. Ich weiß tatsächlich, wie man es spielt, weil ich habe es damals sehr viel gespielt mit meinem Bruder. Es war zwar jetzt nicht, auch competitive, aber ich wusste zumindest die Regeln und ich hatte damals auch ein paar Decks und Karten und hatte einen Warlock-Deck und als der Death Knight rauskam, gab es so ein ganz cooles Starter-Deck dafür mit so einer großen Box. Das habe ich mir geholt. Und ja, ich habe tatsächlich, es war ein super interessantes Spiel. Also wirklich. Aber dann kam halt Harstown. Ja, das kam ja, das Harstown kam ja nur, weil, ich glaube, Upper Deck oder so nicht mehr die Lizenz bekommen hat. Ich glaube, da gab es auch irgend so ein Ding oder Blizzard nicht mehr mit denen arbeiten wollten oder das Kartenspiel nicht genug gebracht hat. Ich meine, auch Yu-Gi-Oh! ist dazu gewechselt und Upper Deck hat es tatsächlich noch gegeben, hat es die Lizenz zur gleichen Zeit von World of Warcraft auch verloren und ist es an Cryptozoic, glaube ich, weitergegangen? Ja, es ging an irgendeine Firma, aber die haben dann nicht mehr weitergemacht. Genau. Und, aber die konnten dann die Upper Deck Karten irgendwie nicht reprinden, weil sie sich dafür die Lizenz noch gehabt haben dann dafür, für die originalen Karten und dann war eh Hearthstone schon in der Mache und, sagen wir mal so, Hearthstone war leicht erfolgreich. Nur so ein bisschen, ne? Man muss halt echt sagen, Hearthstone hat halt wirklich nicht mal, dann wollten sie es auch gar nicht mehr, weil, hey, wieso sollten sie sich selbst ihr Competitor sein? Ja, ja. Für die Leute, insbesondere, Revents halt so leicht war in Hearthstone aus Versehen, massiv viel Geld auszugeben und man sich eben nicht um solche komischen Sachen wie Distributionskosten wirklich kümmern musste und sondern einfach nur virtuelle Fanks. Ja. Ja, es war, naja. Aber ich habe auch extrem viel Hearthstone gespielt. Ich war tatsächlich damals mit Ecop, falls den noch jemand kennt, den Streamer, war ich tatsächlich ein Testpartner eine Zeit lang von denen. Ich war zweiter, ich habe tatsächlich Turniere gespielt in Hearthstone. Das habe ich sehr, sehr viel gemacht, weil ich habe auch einen Haufen WoW gezockt. Und ich war einer der Leute, die wie gesagt haben, oh, ich liebe E-Kartenspiele, ich liebe WoW. Wäre doch nicht schlecht. Ich gebe es eine Chance, weil am Anfang war jeder What of Warcraft Magic The Gathering. Und als die Leute gespielt haben, war es halt auf einmal so richtig, richtig gut. Und, ähm, hey, ich bin da. Ich weiß nicht, was das war. Alles gut passiert manchmal. Genau. Und dann war es einfach, es war so komisch, weil dann war auf einmal der große Hype und die Leute waren so, oh mein Gott, das Spiel ist super gut. Und es war auch super gut für Lange. Aber, sagen wir mal so, Blizzard ist halt nicht unbedingt die, ähm, ungierigste Firma. Vor allem nicht unter Bobby Kotick. Ja, also, die waren, die waren, die waren am Anfang, waren sie halt wirklich spielorientiert. War halt wirklich so, äh, hat sich dann geändert. Aber, ähm, das ist richtig gut. Damals, also jetzt damals, als Hearthstone noch in der Mache war und nur angekündigt wurde, dass ich damals, ich war mal Gast in einem, in einem Podcast, in einem Diablo 3 Podcast und haben sie sich auch darüber unterhalten, dass es angekündigt wurde und ich hab, ich saß damals drin, ohne Witz, da gab es auch einer, der sich darüber lustig gemacht hat und hat gesagt, das wird floppen wie Sau. Und ich hocke drinnen und sag, nein, Mann, wenn Blizzard was macht, damals war ich noch richtiger Fanboy, wenn Blizzard was macht, dann machen die das richtig. Und es war ja zu dem Zeitpunkt noch so, wenn die was gemacht haben, dann haben sie es richtig gemacht. Und später war er der größte Hearthstone-Fanboy schlicht hin. Und ich saß immer selbstgefällig daran so, du alte Drecksau, ich hab's dir gesagt, aber du hast nicht auf mich gehört. Und jetzt siehst du, was du davon hast. So saß ich halt immer dran und dachte mir immer so, richtig so, Faust ins Auge gelacht, so echt. Und ich hab mir immer gewünscht, immer, immer wieder gewünscht und hab echt irgendwie gehofft, obwohl ich so dumm bin, war ja klar, dass es nie passieren wird, aber ich hab mir echt gehofft, dass sie das auch mal physisch rausbringen. Hearthstone mit dem System, mit diesem Energiesystem und so, die Karten einfach physisch, Alter, die hätten nicht mal einen Aufwand. Die nehmen genau das Ding, druck's aus und man kann's richtig mit Leuten spielen. Weil ich hatte Leute, die gesagt haben, ja, aber ich spiel das nicht digital. Nee, wenn's als Kartenspiel gehen würde, ja, da würde ich mitspielen. Aber so, ah, da muss ich am Handy oder am PC. Nee, ich sitz eh schon so lang am PC. Und ich hab echt immer gehofft, so, Alter, wieso machen die das nicht? Das wär doch so geil, Alter. Shut up and take my money. Zu dem Zeitpunkt war ich auch noch sehr viel in Foren unterwegs. Vor allem, es gab ein großes, äh, ein großes, na, WWW-Forum und dann war dann so eine Untersektion und von, äh, Hearthstone-Leuten und ich hab halt quasi den kompletten Breakdown gemacht und ich war halt auch die Person, eine der Personen, die in frühen Noxious-Videos, falls den jemand kennt, äh, noch auf Cockatrees Hearthstone emuliert hat. Ja. Bevor es rausgekommen ist und für Beta-Content. und dann, ähm, als ich bei Cockatrees vertraut gemacht hat, dieses, dieses Stück Müll, ähm, und, äh, irgendwann wurde ich kontaktiert und jemand wollte quasi so, hey, äh, wir wollen dafür noch ein paar Writer haben, hast du Lust eigentlich für uns was zu schreiben? Für Hearthstone und ich war so, nee, nee, es war so, also, das ist wirklich interessant, was du sagst, ich so, nee, ich hab, ich hab keine Lust, ich hab so viel Rants und Posts und sowas auf, auf irgendwelchen Foren gehabt, aber dafür, dafür extra so, mich binden zu lassen, wollte ich nicht. Nee. Nee, also, Hearthstone hat echt alle überrascht, also, also die, die Nichtgläubigen, eher Nichtgläubigen, äh, die haben, die waren überrascht, ich war von Anfang an, hab gesagt, das Ding wird einschlagen wie eine Bombe und was jetzt passiert ist, ist eingeschlagen wie eine Bombe und es läuft ja immer noch ultra gut, also, ähm, ich spiel's halt nicht mehr, weil ich jetzt Magic spiel, aber ich spiel selbst kein Magic Arena, weil mich das eins gegen eins ankotzt, also, das bin ich, das bin ich, Leute, das bin ich, äh, ich, ich, ich hab da irgendwie einfach für mich keinen Spaß, ähm, aber ja, äh, voll geil, also, ich hätt echt gern so, World of Warcraft, Karten spiel, weil, ich weiß auch nicht, was die, wie die das, wie Blizzard das macht und, ich weiß nicht, ob's verklärte Nostalgie ist, aber, WoW läuft immer noch, das Ding ist 15 Jahre alt und es wird immer noch gespielt, es ist unglaublich, ich hab auch immer noch Freunde, wo ich sag, ja, was zockst du so, ich zock wieder WoW, okay, ja, das neue Expansion kommt raus, jetzt zocken wir vier, fünf Monate wieder WoW, und ich so, ja, gut, danke fürs Gespräch, und was soll ich machen, äh, ich will's jetzt nicht spielen, aber ich, ich erwisch mich doch auch immer, wie ich immer wieder zurückkomme, und jetzt hab ich einen coolen Privatserver gefunden, wo ich halt denk so, ja, okay, das spiel ich jetzt, ähm, ja, das ist halt, weiß nicht, du, du, ich, ich kann's dir nur so erklären, du, du, du machst es an, du machst den Charakter, kommst rein, und du bist halt zu Hause, du weißt, wo alles ist, du weißt, wo du hingehen musst, und es macht einfach Spaß, voll bescheuert, naja, das hat sich auch lange, und, ähm, ich weiß nicht, ich bin dir gerade nett zu den Dragonflight angetan, beziehungsweise, wirklich, VW hab ich nach Legion, so, gequittet, mehr oder weniger, äh, gequittet, als würde man VW jemals quitten, aber, ich sag's auch immer, aber tatsächlich, ich hab kein einziges Mal, äh, Shadowlands auch nur eine Chance gegeben, da war ich stark, Shadowlands war das in, wo, wo, Syvanna's, den, Lich King da, den, der, genau, okay, äh, ja, hab ich, hab ich, an sich, ich, ich hab's, ich hab reingeschaut, weil ich mit Dragonflight wieder anfangen wollte, ein bisschen, und da musste ich halt durch Shadowlands so ein bisschen, ich wollte es mir halt anschauen, ich wollte halt wissen, was, was da abging, aber ich fand's auch nicht geil, das hat mich überhaupt nicht gepackt, die Story, gar nix, gar nix. Der einzige Grund, weswegen ich Shadowlands dann angefasst hab, ist, weil, ja, ich hab auch Dragonflight gespielt, und ich wollte Transmox aus Shadowlands, hat die cool ausgedrückt. Ja, versteh ich, versteh ich. ähm, aber, wieder zurück zu Kartenspielen, würde ich mal sagen. Ja, genau, äh, ja, wo waren wir, ah ja, Digimon, Digi, Star Wars, ja, äh, ja. Genau, äh, aber jetzt wollte ich mal fragen, weil es gibt, bei mir gab's nämlich so ein paar kleine, ähm, Kartenspiele, wo ich immer so Interesse gehabt hab, aber die mich halt aus irgendeinem Grund nie dazu gebracht hab, dass ich es überhaupt eine Chance gebe. Also bei mir, Locana ist, glaube ich, aktuell es, äh, äh, es Letzte und, ähm, naja, es gibt immer gewisse Fanarten, aber Disney-Fans sind mir nicht geheuer. Ja. Ähm, und ich hab die ganze, diese Assoziation mit Disney-Fans, und welche mir auch nicht geheuer sind, sind Final Fantasy-Fans. Und, äh, frag mich nicht, was meine Meinung über Kingdom hatte. Ähm, aber, okay, aber, äh, deswegen ist halt so Disney so, wow, ich hab, effektiv ist, sollte ich mir das Spiel anschauen, es ist sogar bei uns verfügbar, weil, ich kann sehr leicht zum Games Island gehen, äh, eine der wenigen Leute, die das wirklich am Stock haben, es gibt da Leute, die spielen, und ich, will mir nicht mal die Regeln durchlesen, weil es hat einfach die Disney-Lob. Ja. Es ist irgendwie, es scheut mich deswegen alleine. Mich auch. Ganz ehrlich, ich kann, ich kann mit den Hälften, ich, ich hab, ich hab mit meiner Frau die Dinge aufgemacht, und ich hab gesagt, wer ist denn das? Und woraus ist der denn? Ja, das ist aus Schneewittchen, und ich so, kein Wunder, dass ich den nicht kenne. Und wer ist das? Ja, ist aus Cinderella, und ich so, boah. So, Disney-Prinzessin bin ich schon voll raus. Am coolsten ist Herkules, ähm, und den kannte ich dann, so, also ich kenn schon ein paar Charaktere, aber, aber hier wie die, wie die, wie die Zwerge heißen und so, saß ich auch immer dran, so, okay. Meine Frau spielt jetzt, also sie, sie, sie hat sich geweigert, Magic zu lernen, oder irgendein TCG, und du willst auch nicht mit meiner Frau spielen, weil meine Frau ist halt wirklich, du huckst dran, also, ich zeig dir mal, wie ein Zug von mir abläuft. Ich, hier ist mein Mana, hier ist meine Kreatur, du bist dran. Dann kommt meine Frau. Hier ist mein Mana. Hm. 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 Und ich sag, du hast nur einen Mana. Es gibt nicht so viel, was du machen kannst. So, weißt, so, also, in der Geschwindigkeit, und dann ist es halt, in der Zeit, wo sie Einzug macht, äh, bin ich schon fertig mit dem Spiel, gefühlt. und, ja, also, es macht auch, sie sagt auch selber, du willst nicht mit mir spielen, aber sie spielt jetzt Zorkana, weil sie es von der Arbeit aus muss, ähm, oder halt in die Arbeit jetzt mit reingebracht hat, weil sie in der Kinder-Jugendarbeit arbeitet, und jetzt Zorkana halt so ein Ding ist. Und, ich hab's mir halt auch angeschaut, und ausgetestet, letztes Jahr auf der Gamescom, und ich hab halt gesagt, ja, es ist halt Magic, bloß, dass du halt dich nicht wirklich auf die Lebenspunkte gehst, sondern du sammelst Legendenpunkte, so, anstatt Lebenspunkte abzuziehen, sammelst du halt für dich selber Punkte, und da gibt's halt Karten, die geben dir halt zwei oder drei Legenden, aber du kannst auch die gegnerischen Kreaturen angreifen, oder, wie heißen die, Helden oder so, und besiegen, kaputt machen und so, aber im Grunde, im Grunde, und das ist halt das, was ich jetzt gemerkt hab, da ich mit Magic angefangen hab, es ist alles irgendwo Magic, genauso wie Star Wars, es ist halt Magic, bloß halt mit einem Twist, so, äh, eigentlich ist es sogar Star Wars Commander, bloß mit einem Twist, so in der Art. Ich mein, auch, äh, die, Hannah, ähm, das Vampire-Spiel, was ich angeregt, äh, angeregt hab vorhin, das wird zwei bis fünf Spieler gemacht, weil es, weil es ist, es gibt tatsächlich eine super interessante Fünf-Spieler-Variante davon, die es vorher schon eingeführt haben, mit verschiedenen Allianzen, und so, wo man sich dann hintergeht, also quasi, wo man, wo man einen, äh, sagen wir mal, Secret-Partner hat. Oder sowas ist cool. Ähm, genau. Aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich mich einfach wundere, wieso hat es noch kein richtig gutes Card gegen mir? Weil, ich glaub, ein großes Problem ist halt, dass sauvieles einfach abklatscht ist von den Standard-Magic-Systemen, weil Force of Will fand ich cool von der Idee, aber effektiv war das halt auch nur so einen, äh, hat es halt nur ein paar Ideen gehabt, wie fixen wir Mana, weil du ziehst Mana aus einem Extra-Deck effektiv, was du halt vorher mischst. Und, ähm, mehr hat es halt nicht zu tun gehabt, sonst war es auch Magic. Es hat halt was Nerviges gefixt daran. Und es war halt immer so, und es hat eine, hat eine coole Idee dafür, dass es halt so weirde Twists auf Fantasy, äh, oder halt auf Märchen sind, wo halt, ähm, na, wie es die, äh, Rotkäppchen halt der Wolf ist, oder so. Oh, das ist ja cool. Ja, also die, die Artworks sehen auch cool aus aus den Spielen, muss man sagen. Aber ist es halt dann nie geworden. Und manchmal ist es halt so schade, wenn ich dann höre, so, hey, es kommt, äh, es gibt immer mal Videospiele, die einfach anders sind. Es gibt, Yu-Gi-Oh! ist anders, Digimon ist anders, ähm, Pokémon ist anders und sowas. Und selten tun sich Spiele wirklich gut, wenn sie sehr nah an was sind. Also, ich sag mal, Hex TCG war damals ein großes, äh, Kickstarter-Produkt, was effektiv eine Art Single-Player-Magic-The-Gathering-Spiel sein sollte. Aber halt auch Magic-The-Gathering auf den PC-Client. Ich wurde aus meiner Kickstarter-Money effektiv gescammt. Oh, shit! Oh! Äh, ja. Und, ähm, manche Sachen, wie zum Beispiel Superheldensysteme, da denke ich halt sofort an Versus System. Mhm. Und wenn ihr an Versus System denkt, bin ich nicht unbedingt glücklich. Okay. Was ist Versus System? Ähm, Versus System war, glaube ich, auch ein Upper Deck-Spiel damals. Mhm. Und, ähm, es war eine Mischung aus einem Deck-Building und Kartenspiel, wo halt X-Men und sonstiges halt dabei waren. Also, es war so Marvel-Charaktere und DC-Charaktere. Also, es war Marvel versus DC effektiv als Kartenspiel. Okay. Und, äh, deswegen hat's so für mich sowohl Marvel als auch DC-Spiele äh, kaputt gemacht. Okay. Naja, ähm, es war okay, aber es hat halt kein, keine Langlebigkeit gehabt dafür, allein wegen ihren Lizenzen. Mhm. Es ist tatsächlich häufig sowas, was, ich hasse es, dass ich das so oft erwähnt hab, aber ein großer Grund, weswegen viele Kartenspiele einfach auch fehlschlagen mit der Zeit, ist halt, entweder sie kommen, sie bekommen keinen Start, weil sie keine Lizenz, keine vorher bestehendes Marketing haben, weil wir reden jetzt halt über die großen Kartenspiele. Yu-Gi-Oh! kam effektiv aus dem Nichts. Äh, Magic war eins der ersten oder, ja, war eins der ersten davon, beziehungsweise das erste Gute. Ähm, und, äh, Digimon hatte aber schon was, wie Star Wars Kartenspiel, hat eine Lizenz dahinter, Digimon hat eine Lizenz, Pokémon, das Kartenspiel hat zwar, äh, es hatte zwar eine Lizenz, aber das war damals auch noch so ein bisschen so ein Phänomen, ob das überhaupt lange Zeit läuft. Das wusste ja damals keiner. Das heißt, damit die Leute das anschauen, brauchst du eine Lizenz und manche Lizenzen sind halt extrem schwer oder die Leute erwarten auch viel dafür, wenn du zum Beispiel, das ist zum Beispiel krass, dass es bis jetzt noch kein gescheites Warhammer-Game gibt für mich, für Kartenspiele, weil für mich wäre das halt so eine Sache, wo ich denke, natürlich soll es einen Warhammer-Karten-Spiel geben, wieso nicht? Es gab auch eins. Es gibt drei oder vier, aber die sind alle fehlgeschlagen, weil, entweder die versuchen, ähm, so eine komische Mischform zu sein oder, äh, die spielen das Geld nicht ein, was gewollt wird, auch wenn es einigermaßen funktioniert oder, ähm, verschiedene Sachen, aber es ist fast immer irgendeine Lizenz dahinter und, ähm, manchmal kommt was Neues heraus, aber das kämpft dann quasi gegen den Strom an. Also, ich meine, Elastris soll ja gar nicht schlecht sein, aber wer hat von Elastris gehört? Ich nicht. Keine Sau. Flash and Blood tut sich schwer, immer noch, aber es ist cool. Haben wir ja gesagt, das ist was, das ist was Neues, es ist ein Spiel, das anders ist, weil man hat wirklich einen Held und rüstet die Rüstung aus und quasi die Angriffe sind dann, man tappt das Schwert, weil in der Runde hat man mit einem Schwert angegriffen. Ähm, es ist, es ist ein neues System und irgendwie, man braucht sowohl was, was nicht unbedingt repetitiv ist oder nicht von was anderen ab ist, finde ich, um Erfolg zu haben, aber gleichzeitig möchtest du auch eine Lizenz dahinter haben, weil sonst schauen die Leute nicht drauf. Also, wenn man wirklich schaut, okay, es ist wirklich eine Anomalie, dass Flash and Blood also tatsächlich Leute dahinter hat und ja auch nicht schlecht läuft. Wir sagen zwar, ich finde niemanden zum Spielen, aber es ist halt wahrscheinlich eher eine Sache, die ein Problem an der deutschen Kartenspielerszene, dass das nicht läuft, weil die sich nicht so darauf einlassen. Vielleicht ist es auch nicht so gut verfügbar, weil ich glaube, das ist auch nicht so gut verfügbar bei uns. Ähm, vielleicht, aber ich glaube, in der USA und in Großbritannien funktioniert das Spiel. Mhm. Funktioniert einfach. Ja, das ist halt, ja, ich hätte es echt angeschaut, aber ich habe halt niemanden gehabt, so, der es mir dann beibringen könnte oder so, wie es halt geht. Jetzt hätte ich jemanden, aber jetzt ist es auch zu spät, ich bin jetzt schon in Magic. Und ich finde es auch cool, äh, oder, man merkt es ja auch bei Magic, weil du gerade sagst, hier, wenn man die Lizenz nicht kennt, dann guckt man halt nicht wirklich drauf. Ich meine, bei Magic, die ganzen Universe Beyond Sachen, die, die kriegen halt die Leute gerade. Ich meine, Herr der Ringe war das, ne, Warhammer hat es angefangen. Mit Warhammer hast du halt schon angefangen, Leute zu, dafür, dafür die Interesse zu erstellen, für Magic, also mal über den Tellerrand hinaus zu schauen. Selbst ich damals, wovon Magic noch gar nichts gewusst hat, hab mir, hab gesehen, Warhammer bei Magic, warte mal, Magic ist doch das alte, coole Kartenspiel, was ich nie anfassen wollte, aber jetzt mit Warhammer, warte, warte, und da hab ich mir auch schon überlegt, angefangen, anzufangen mit Magic. Und dann hab ich gehört, gab es auch die Godzilla-Karten, ich glaub, die waren davor, Ikoria, und da hab ich mir auch schon überlegt, so, Godzilla, what? Magic läuft halt, so, das ist ein Kartenspiel, das gibt schon seit, seit ich kenn, Kartenspiel kenn, vielleicht ist es doch was für mich. Und dann, als halt ich von Herr der Ringe erfahren hab, hab ich gesagt, okay, jetzt bin ich dabei. Und jetzt, ich find halt, Magic hat sich jetzt so, also für mich gefühlt, dahin entwickelt, das ist wie, das hört sich jetzt dumm an, aber ich hab das auch aus, ich weiß nicht, von Ravnica, vom Ravnica-Podcast, oder was, von euch, dass sich Magic jetzt immer mehr in so eine Art, so, das hier ist der, die Konsole, die wir zur Verfügung stellen, und du holst dir halt Publisher dazu, wie jetzt Assassin's Creed oder Fallout, oder das ist jetzt aktuell zum Beispiel, so, aber du holst halt die IPs, jetzt kommt auch noch Final Fantasy irgendwann mal, ich freu mich schon drauf, ich bin Final Fantasy Fanboy, took me a night, äh, Siebener hat mir damals das Gehirn weggesprengt, äh, als kleiner Bub, und, ähm, und, und Marvel hast du jetzt auch, äh, zwar die Comic, nicht das MCU, zum Glück auch, weil Comics eh ein bisschen besser sind, meistens, ähm, ähm, ja, ich mag auch einige Marvel-Comics, äh, ich hab auch X-Men lang verfolgt, also, X-Men und Spider-Man, und, und da, da kriegt halt, weißt du, selbst jetzt ein Kumpel, der immer schon bei Herr der Ringe gesagt hat, ah, Magic, ich weiß so nicht so recht, aber er ist halt ein ultrakranker Marvel-Fan, und er hat gesagt, boah, hast du's gesehen, hat sogar mir das geschickt, so, hast du gesehen, Magic bringt jetzt Marvel, Karten raus, boah, da muss ich doch vielleicht mit Magic anfangen, so, ja, komm, komm, auf die Magic-Seite, so, aber, äh, ja, es ist halt, ähm, vielleicht, ja, mit dem Lizenz ist halt echt schwierig, ich mein, Magic macht's halt, auf der einen Seite richtig, die sagen jetzt, okay, wir bringen das Set raus, und das ist jetzt die Lizenz, und nur für dieses Set haben wir die Lizenz, und das war's, dann ist, dann ist gelaufen, also, das ist das, was da ist, und dann wird's nie wieder geben, aber das Magic-Set gibt's ja, und danach, wenn du schon drin bist, also so hat's bei mir funktioniert, dann guck ich auch noch, oh, was gab's bei Magic, oh, oh, Kamigawa, so in, so Asia-Futuristik, Cyberpunk, Shit, Alter, was hab ich da verpasst, was hab ich da verpasst, und dann holt man das nach, und guckt sich die Karten an, und denkt so, boah, ja, Mann, Samurai und Ninjas, let's go, das wird mein Set, ich guck, dass ich da Karten ranhole, und dann spiel. Die Lore aus Kamigawa ist ja auch super interessant, weil technisch gesehen ist das die älteste, bekannteste, das älteste, bekannteste Universum und Zivilisation, die wir kennen. Damals in den, als das erste Mal Kamigawa rauskam, war das ja effektiv 3000 Jahre oder so, vor den eigentlichen Geschehnissen der Hauptstory in Magic, der damaligen Zeit, das war ja damals die älteste, und jetzt ist es halt cool, wenn wir jetzt zurückkommen zur aktuellen Zeit, das ist die futuristischste aller Städte, aller Plains, weil damals, ja, nee, das war durch Zeit, weil Bolas wollte den Tetsuko Umisawa töten, bevor er jemals nach Dominaria gekommen ist, weil einer seiner Offsprings irgendwann Nicole Bolas tötet, das war die Story. Ich glaube, das ist auch ein Problem, was so, oder was halt Trading Card Game zum Laufen bringt, wenn es eine Geschichte gibt, weil Magic hat mich früher nie gepackt, ich wusste nichts von Magic, ich weiß, es gibt die Karten, aber es gibt keine Serie, es gibt keinen Film, es gibt kein irgendwas, es gibt Bücher, wow, ganz ehrlich, wenn du Animes guckst, werkt sich hin und liest so ein Buch, Alter, da gucke ich mir lieber ein Anime von an, so, du hast deine Story, Lokana, du kennst die Disney-Filme, Star Wars, du kennst Star Wars, und, und, okay, Flasheblatt ist auch wieder so, aber das war auch so ein Nischending, so, es kann laufen, hat ja meistens die Magic-Spiele abgeholt, und da finde ich, die eigene Magic-IP ist halt, ich finde, nicht so stark, also, ich weiß nichts von der Geschichte, so, ich weiß, es gab den War of the Spark, weil der Trailer ultra sick war, selbst da wollte ich mit Magic anfangen, ich denke, guck mir den Trailer an, und denke mir so, warte mal, ist das Kartenspiel, what the fuck, warte, hä, und das sieht so sick aus, das ist so ein Film, Alter, wie jetzt ein Kartenspiel zum Film, warte mal, was, und da habe ich herausgefunden, das war nur für ein Trailer, aber der war halt so krass produziert, wo ich mir gedacht habe, Alter, mach doch, mach doch eine Serie, und erzähl uns die Geschichte, erzähl mir die Geschichte, bitte, bitte, erzähl mir die Geschichte. Das war die ganze Gatewatch-Saga, und dazu soll es ja sogar eine Serie geben, bald, na, hoffentlich, über Gideon als Hauptcharakter, und hier hast du folgende Sache, so, oh, cool, du hast einen Großteil von Leuten, die halt, sind so, oh, cool, jetzt haben wir mal so eine Magic-Sache, vielleicht geht es in die Richtung von Arcane, hoffentlich, wie mit League of Legends, das ist auch meine Hoffnung, weil, aber das erste, womit sie sich vielleicht schon ein bisschen in den Fuß geschossen haben, ist, dass Gideon der Hauptcharakter ist, und dann ist halt so, weil du hattest nämlich zwei Reaktionen, so, oh, cool, das ist die Gatewatch-Saga, und du hattest, oh, nein, es ist die Gatewatch-Saga. Okay, sag mir nichts, ich finde es so witzig, die einen sagen, oh, ja, die Gatewatch, und die anderen, oh, nein, die Gatewatch. Ja, weil, ähm, effektiv, was die Gatewatch-Saga ist, es ist einer der, der wahrscheinlich zwiegespaltesten Stories in Magic, äh, von, je nachdem, wen du magst, magst du es nicht, und das war so eine, die Leute haben es immer verarscht, so, hey, jetzt haben wir halt die Marvel-Superhelden hier, weil es so ein richtiges, generisches Marvel-Konzept war, und das war so, ah, okay, ja, okay, verstehe ich dann. Ja, also, ich finde, ich finde es halt echt gut, also, ich komme jetzt immer noch nicht in die Story von Magic rein, ähm, äh, ich habe ja jetzt, äh, miterlebt habe ich jetzt Wides of Eldraine, ich fand es halt cool, dieses Märchendick, aber es hat mir Story-mäßig, ich kenne halt, ich kenne die Planeswalker nur, weil ich sie als Karte kenne, Liliana zum Beispiel, oder weil ich sie davon gehört habe, Teferi, und, und Gideon, und Karn, und so, ich könnte dir über jeden von denen Abhandlungen schreiben, und, und Chandra kenne ich auch, aber, aber so, so wirklich Story-mäßig, weiß ich nichts, ich weiß nicht, was abgelaufen ist, und ich weiß nicht, was abläuft, ich weiß jetzt hier, dass im Marsch der Maschine, dass Phyrexia, da irgendwie, eine große Rolle gespielt hat, und, Das ist so schwer, du weißt gar nicht, was Phyrexia ist. Gar nicht, nein, ist, ich, ich weiß, es ist ein Subtyp auf Karten, meistens so, Phyrexianer, Mensch, so, aber, ist es jetzt so eine Art Parasit, ist es jetzt so eine Art, äh, weißt du, so wie die Zerg, die dann auch Menschen, vor, vor, vor Menschen konnten, oder ist es so eine Art Virus, der die Menschen befällt, oder, keine Ahnung, ich konnte mir da nichts viel mit ein, Dingsen, ich weiß nur, die sehen abgespaced aus, also diese weiße, mit dem Rot und so, das ist schon heftig, also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich so, Diablo 3, oder so, okay, let's go, aber, ja, voll heftig eigentlich. Äh, ich kann's ja vielleicht kurz erzählen, was Phyrexia ist, äh, um's kurz zu fassen, äh, Phyrexia ist effektiv ein, eine Plane, ein Ort, äh, im Multiversum, der ursprüngliche, und, ähm, der ist eine, äh, biomechanisch, äh, und der hat halt, ist halt mit einer biomechanischen Lebensform und quasi so eine Art Maschinenhölle ausgerüstet, und, ähm, dadurch, dass halt dieses Öl, was du halt siehst, und dieses Metall, weil, die transformieren das ja, die tragen Daten in sich und effektiv korrupieren die ein und das Fleisch wird dann mehr zu diesen Phyrexien, es ist quasi, es ist, die Gedanken von den Leuten und Sonstiges werden mehr oder weniger in das Metall gespeichert und das vermehrt sich biomechanisch auf verschiedene Ebenen, so eine Art, äh, tatsächlicher Body Horror, also wirklich übertriebener Body Horror, wenn du die originalen Artworks anschaust, dann ist halt da nichts so mit, oh, es ist irgendeine Katze, die so ein bisschen einen Filigran zurückhat, sondern, äh, wenn du mal teilweise die alten Artworks anschaust, ist so, oh nein, dann werden seine Organe rausgerissen und, äh, durch neue ersetzt und neue, äh, und, und, und seine Gedanken werden gespeichert, neu umgeschrieben und wieder zurückgehen und, äh, es gibt Schläferagenten, die 17, also die wirklich ihr ganzes Leben, ein anderes Leben haben, bis sie, bis sie in Kontakt mit diesem Metall kommt, der ihnen dann ihre tatsächliche Aufgabe gibt und ihr alte, ihre komplette Existenz auslöschen innerhalb von einer Sekunde. Shit. Jetzt hab ich voll Bock auf Phyrexianer. Die sind, die sind, deswegen ist es so, es gibt ja die alten Phyrexianer und es gibt die neuen Phyrexianer und das ist, die haben eine super interessante Story, aber die alten Phyrexianer, die sind richtig hardcore. Die so richtig bad ist, okay. Krass. Ja, siehst du, äh, sowas erfährt man halt halt nicht, weißt du, du denkst halt, okay, das sind die, weißt du, wenn du halt anfängst und dann so, okay, da steht Phyrexian drauf, was ist denn ein Phyrexian so, ähm, aber es ist so ein Kuchenviech, so jetzt übertrieben dargestellt, so, okay, okay, damit kann ich jetzt nichts anfangen, aber ich weiß auch nicht die Geschichte, so, es ist halt schwierig, da Leute halt ranzufinden, aber mit, jetzt mit dem Universe Beyond ist halt echt einfach, Leute für Magic zu begeistern, äh, ich weiß es, es stoßt dem eingefleischten Magic-Fan sauer auf, ähm, manchmal, wenn er dann hört, okay, der hat jetzt mit, er hat Ringe angefangen, so, oh nein, jetzt kommen Nascuels, wow, äh, aber, mich hat's halt richtig gehuckt dann, und ich wollte dann mehr von Magic sehen, und nicht nur mich, sondern auch ein Kumpel, der sagt hier, oh, Ratten sind geil, Alter, lass mal, lass mal gucken, was Ratten machen können, und, ja, es ist halt echt, ich, ich liebe Magic jetzt seit Neuem, es ist halt echt, meine Gedanken drehen sich fast immer nur um Magic, neue Decks und so ein Quatsch, es ist einfach, äh, es ist die Honeymoon-Fan, bis es mich abfuckt, äh, bei mir war's, äh, es ist halt gerade mit Fallout, was mir halt wehtut, aber gut, äh, ich, äh, kurz, auch jetzt jetzt Magic, äh, wenn es wirklich ein Magic-Podcast sein soll, aber, da kommen jetzt halt nämlich auch in den Universus Beyond die Fallout-Decks, und Fallout ist mir halt tief im Herzen, also Fallout 2 war das erste Spiel, was ich installiert hab, als ich meinen eigenen PC hatte. No way. Ja, und, ich liebe Fallout 1, Fallout 2 und New Vegas, aber ich hab halt immer einen Disdain für die, ähm, na wie heißt es, äh, für die Bethesda-Teile, weil, beziehungsweise eigentlich nur für vier, weil, drei und vier setzt halt auf Spektakel, aber tut halt quasi, effektiv das ganze Rollenspiel aus einem Rollenspiel nehmen, und die Welt ist so künstlich, also quasi, die Bethesda-Spiele fühlen sich für mich an, als wären das, äh, als wären das Fallout-Spiele von jemandem, der über Fallout gehört hat, aber die gespielt hat. Ah. Fallout 3 und 4. Okay. Und was halt jetzt mit diesen neuen Fallout-Sets, deswegen bin ich da so hart im Konflikt, ähm, damit, weil, ja, es sind coole Charaktere aus meiner, äh, teilweise Jugend, ja, und, ähm, mit dunklem Humor, die mich auch, muss man sagen, halt auch ein bisschen kritisches Denken gelehrt hat, weil, weil die originalen Fallout-Teile sind auch ziemlich hardcore, wenn man teilweise ansieht, was das so ist, so. Ja, was ist die ethische Moral von Sklavenhandel in einer Post-Apokalypse? Ich kenne mich mit Fallout nicht aus, deswegen hört sich das eh total crazy an. Genau. ich sage es mal so, in Fallout 2 war mein Charakter tatsächlich auch ein Sklavenhändler. Warte, da kann man Sklavenhändler sein? Ja, du kannst, äh, zwei, drei Sklaven tatsächlich in Fallout 2 verkaufen. Weil so viel Freiheit haben sie dir da gegeben und haben auch den Respekt gehabt, dir auch dafür Konsequenzen zu geben. Okay, krass. Tatsächlich. Ähm, und, was halt krass war, ist halt, wenn ich halt, jetzt sehe ich halt dann viele der Charaktere und die gehen halt durch so einen, durch den Bethesda-Filter von, das ist der Mastermind, aber der sieht aus, wie aus einem, äh, oder The Master, der sieht halt aus, wie aus einem, aus Fallout 4 und nicht wie aus den Originalen, weißt du, wie wir schon bei Body Horror sind. Das ganze Energie-Deck, ähm, macht quasi, ich habe ein Riesenproblem mit den Bethesda-Teilen, wie sie die Brotherhood of Steel, falls du dir was sagst, oder zumindest der Name, weil die sind sehr bekannt. Und die sind ja repräsentativ in den ersten, äh, der ganzen Sache, weil die waren super geheim und, äh, wollten alle Technik für sich horten, alle futuristische und viel von den ersten zwei Spielen geht eben darum, zu zeigen, wie ineffizient sie sind und wie inkompetent und wie selbst zerstörerisch. Und war, und Fallout 3 waren sie halt, jetzt sind sie Superhelden. Ah, okay. Und jetzt geht halt das ganze Deck durch. Jetzt sind sie Superhelden. Und jetzt ist das halt so, es ist eine Franchise, die mir hart am Herzen liegt, aber ich kann einfach nichts mit den Decks anfangen. Und das, das tut mir auch, aus ästhetischen Gründen, richtig? Viel aus, ja, aus ästhetischen Gründen ist halt so, ich sehe 50% der Karten und denke mir sofort so, ja, aber so wird es nicht, so sieht es nicht aus in Fallout 2 oder New Vegas. Ja, ja, okay, das ist dann halt auch ein Problem, wenn du halt wirklich unterschiedliche, äh, ähm, unterschiedliche Studios. Studios hast, danke, äh, Studios hast, die dann, äh, und dann wird es auch schwierig, wer hat jetzt die Lizenz und von dem darfst du dann auch nur verwenden. So. Genau. Deswegen, ähm, eine meiner Lieblingssachen, weil du hast gesagt, du bist ein Marvel-Fan, ich bin tatsächlich ein bisschen mehr DC-Fan, also, und, und damit meine ich nicht, oh, ich mag Batman und Superman. Oh nein, Batman. Ich liebe Swamp, äh, ich liebe Dial-M, ich liebe, ähm, äh, ich liebe Swamp Thing, ich liebe Animal Man, ich liebe, also quasi, äh, ich liebe Teen Titan, so, so Zeug. Ja. Ähm, ich hätte es lieber, wenn ich, selbst wenn es ein Kartenspiel wäre, dass ich ein Injustice-Kartenspiel hätte, statt ein DC-Everything. Mhm, ja. Also ein, ein fokussiertes Universum. Ich wäre auch für Marvel viel zufriedener, wenn es ein X-Men-Kartensystem gäbe, statt ein Marvel-Everything. Ja. Ich bin mal gespannt, wie die das aufziehen wollen, weil, ich bin ja ein riesen Spider-Man-Fan, so, das ist mein Favorite. Mhm. Also, ich hoffe, also, wenn die das rausbringen und die auch wieder so, ich kenne es ja von Herr der Ringe, so Art-Dinge rausbringen sollten, wenn die das wirklich als Dead aufziehen wollen und ich mir echt gut vorstellen kann, dass sie diese Art, äh, diese Art-Pieces als, äh, Comic-Cover machen würden, dann will ich auf jeden Fall Spider-Man und dann werde ich alles tun, was ich kann, um Spider-Man und Venom und so, alles, was mit Spider-Man zu tun hat, zu bekommen. Mysterio, alles, ist mir egal. Aber ich bin auch nur ein Spider-Man-Commander-Deck, alles andere ist mir egal. Äh, ich bin Spider-Man und sonst will ich nichts, also, bei mir könnte es auch ein Universe Beyond Spider-Man sein, äh, weil da gibt es eh schon genug. Äh, aber genauso wie du, also bei Marvel, ich kann, ich kann mit vielen Helden einfach nichts anfangen, auch bei DC, ich weiß nicht, ist Spawn DC oder Marvel? Äh, Spawn ist weder noch, Spawn ist, äh, Achso, ist wieder ein ganz eigenes Ding. Jaja, äh, Gott, jetzt fallen wir das ein, Wittgen ist, ähm, ich bin nicht gut, ich bin nicht mal. Ja, aber das ist halt auch so ein ultra krasses Viech. Ja, es ist nämlich, es gibt nämlich vier, es ist ja von Todd McFarlane und Image Comics heißen sie. Ah, okay, ja, aber, aber, aber ich hätte, ich hätte, ich finde es auch besser, wenn es dann auch dieser Comic-Look ist, wirklich Comic-Look und, äh, nicht wirklich, äh, Charaktere aus Film und Fernsehen, wie man es kennt, weil, wenn man sich halt die Comics anguckt, und, und ich finde auch eher den moderneren Comic-Look viel cooler als den alten, das ist meine persönliche Meinung, ich mag es, wenn die Farben richtig schön, äh, gesättigt sind und nicht nur so, ja, spärlich ausgemalt, wie es damals halt war, so, da ein Fleck gelb und da ein Fleck grün und dann ist es halt ausgemalt so, sondern wenn es halt wirklich richtig sick aussieht, ähm, da hab ich schon Bock drauf, also, da freu ich mich auch drauf und ich hab auch Angst um Final Fantasy, wenn es dann nächstes Jahr kommen soll, ähm, dass es halt nicht so geil aussehen wird, weil ich bin halt echt Final Fantasy Fan. Äh, eine komische Sache, die, gut, also, ich spoilere dich jetzt, das schon mal für die nächste um, um meiner, äh, Folgen. Okay. Vom Commander Compass, aber eine Sache, die mich halt tatsächlich sehr an Universes Beyond in Magic ausredet, also, äh, aufregt, eine, was ich dann erst in der Folge herausgefunden habe, war halt, wenn jemand sagt, er spielt einen Legolas, dann frage ich, welcher Legolas? Dann sagen sie der Mono Grüne und ich sage, welcher Legolas? Ja, gut, verstehe ich. Oder ich spiele Gandalf, welcher Gandalf? Gandalf, Gandalf, Gandalf. Und das ist halt so, ja, ich weiß, ihr wollt, manche Charaktere sind so oft, kommen halt so oft vor und wenn ich mir jetzt überlege, ist es halt so, hey, es gibt einen Spider-Man Deck und dann ist halt so, ja, es gibt wahrscheinlich Miles Morales und es gibt einen Peter Parker Spider-Man wahrscheinlich und weil es ja Into the Spider-Verse gibt, habe ich halt so ein bisschen die Angst, dass es Spider-Man, 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 Spider-Man gibt. So krass, fände ich es auch schlimm. Da fände ich es auch schlimm. Bei Spider-Man, theoretisch, also damals, als ich Spider-Man, ich habe ja die Serie geguckt, die, wie hieß die, die, Spider-Man, New Spider-Man, New Spider-Man, es gibt ja verschiedene, aber da kam auch Fantastic Four drin vor, Johnny die Flamme oder so, der kam dann auch bei Spider-Man vor, auf einmal war da, war da, war da Fantastic Four und das hat mich auch immer gestört, wieso bei, bei, äh, wie heißt, bei, bei Avengers, wo sind die Fantastic Four, weil in Comics ist Fantastic Four auch bei den Marvel, äh, bei den Avengers dabei, wo sind die? So, frage ich mich heute noch, wo sind die? Hm. Aber ja, es ist, wir wissen nicht, wo die Reise hingeht, Trading Card Games. Also, ich bin jetzt mal gespannt, wie Star Wars sich machen wird, nächste Woche kommt's raus, heute ist der 29.2. und am 8.3. oder so kommt's raus, also nächste Woche, Freitag, und da bin ich mal gespannt, äh, ich werde mir Star Wars holen, weil einfach, falls jemand mal kommt und spielen will, ich hab dann was da, ähm, aber ja, es ist halt, neue Kartenspiele bin ich halt immer vorsichtiger, weil es kommt halt echt so viel in letzter Zeit und, mein, weißt du, es kommt ja dann nicht nur, diesen Monat kommt das Set, und nächsten Monat kommt schon das neue Set und dann kommt wieder neues und, und du hast ja schon, weil, bei Yu-Gi-Oh hast du ja schon gehabt, was mich auch gestört hat, dass jeden Monat eigentlich ein neues Set kommt, da kommt ein Hauptset, da kommt ein Subset, da kommt noch ein Special Edition, da kommen noch die Tinboxen, da kommt noch das, da kommt noch das und da kommt noch das, dass ich einfach nicht hinterherkomme, also, ich müsste eigentlich so viel Geld verdienen, wenn ich mir von jedem Ding ein Produkt kaufen will, da komm ich gar nicht hinterher, und deswegen hab ich für mich halt gesagt, ich hol mir da ein Starterdex und dann war's das, teilweise. Ja. Ja. Was ist deine Einschätzung? Ich mein, ich wär eigentlich super, also, ich hoffe tatsächlich, dass noch ein cooles, anderes Kartenspiel auf dem Markt kommt, das mich auch demnächst abholt, weil, ich mag Yu-Gi-Oh, ich mag Magic, aber, ich bin halt immer für Neues bereit und vor allem bin ich auch bereit, Chance zu geben, für was, was ich auch wirklich cool finde, aber, eine Sache, wo ich ja gerade das Problem hab, ist, es gibt wenig IPs, wo ich sag, die interessieren mich noch, und ich will vor allem, wenn ich, wenn ich jetzt halt noch ein Kartenspiel anfangen würde, ein neues, will ich ein sehr anderes System zu dem, was wir haben, also, ich will kein weiteres Shield-System, ich will nicht eine andere Version von Magic spielen, ich hab Magic, ich will nicht eine andere Version von Yu-Gi-Oh spielen, ich hab Yu-Gi-Oh und so weiter. Ja, 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 ja. Aber, was ich tatsächlich super wichtig fände, wäre, ich will so gern irgendwas, was draftbar ist. Ja, also, ich hab da auch Draft für mich, äh, entdeckt, also, ich hab mit Kumpels nur gedraftet, und zwar Dungeons & Dragons, aber sowas macht ja ultra viel Spaß. Ja. Das ist ultra cool. Also, boah, aber hier, meine Frage an dich, also, ich weiß, wir sind schon ewig am Labern, schon wieder eineinhalb Stunden, Alter. wenn du, wenn du Kartenspiel jetzt designen könntest, ja. Hättest du da eine Idee, also, Ressourcen-Idee, und, äh, Unterstützung, also sowas wie Zauber, also Spontanzauber, oder Fallenkarten, oder sowas, und, und Ausrüstung, hättest du da schon eine Idee, wie das ablaufen würde, und gäbe es da eine IP, die du dafür gern hättest, oder eine komplett neue erfinden? Ähm, wenn, dann würde ich, sage ich mal, eine Dungeons & Dragons IP, und ich meine wirklich nicht, äh, oder Parfinder, im Zweifelsfall, halt so eine klassische Fantasy IP, und ich hätte tatsächlich schon eine Idee dafür. Mhm. Ähm, was ich halt eine coole Idee immer, immer finde, ist halt dieses, ach, mit den Lebenspunkten ist ein bisschen abstrakt, aber, äh, ich sag mal, Schätze sind cool, und, ähm, was mir, was mir halt noch fehlt, was mir halt fehlt, ist quasi dieses, Katzsystem aus, äh, oder dieses Questsystem eben aus World of Warcraft, und ich hätte halt ganz gerne einen, äh, Kartenspiel, oder einen D&D, wo du dir halt wirklich eine Party zusammenbaust, ähm, und du auf verschiedene Quests gehst gegeneinander, und quasi, ich sag mal, weil du versuchst, äh, du spielst zwar gegeneinander, du hast Lebenspunkte, du kannst die gegnerische Partie gehen, das ist die Hauptmission, aber, ich sag mal, es gibt einen World Deck mit Missionen, und du könntest die quasi jährlich updaten, so dass, äh, dass du dir Boni im Spiel erkämpfen kannst, dafür, dass du halt eine Mission komplitest, oder ich mag sagen, pro Set, oder sonstiges, das wäre halt schön draftbar, weil ich sag mal, ähm, statt einem Ressourcensystem würdest du halt, sag ich mal, mit zwei Helden oder drei Helden auf dem Spielfeld starten, ein bisschen, und du würdest halt Equipments spielen, und dann können sie auch erst angreifen, und sonstiges, also quasi, ich würde ein bisschen einen Hero Builder, sag ich mal, spielen, äh, aufbauen, das wäre, denke ich, wäre ein cooles System, ähm, mit dem man was machen kann, und ich finde auch die Idee von, hey, äh, bau deinen Held, aus Flash and Blood, sehr cool, bloß ich glaube, das kann man tatsächlich noch weiter auf, auf, auffrischen, noch weiter, einflaschen, und ich würde, ich würde, es kann auch was Generisches sein, tatsächlich, es muss nicht unbedingt D&D sein, und denk halt, es ist ein guter Flavor dafür, sag mal, wenn du, du spielst halt dann, sag ich mal, den Warlock und seine Minions, oder so, ja, ist schon cool, äh, als Helden, und dann kannst du dir selbst, deine, deine, die Schergen dann equippen, mit irgendwelchen Waffen und so, Waffen und sonstiges, und ich, ich fände es schon cool, wenn man so eine Art, Lane-System ist falsch gesagt, aber, ich sag mal, so ein, Bau deinen eigenen Held, System würde mir schon sehr gut gefallen. Mhm. Würde es dir dann auch gefallen, das kam mir gerade, weil ich auf sowas richtig Bock hätte, wie, wie so ein Raid-Deck zu machen, also, dass man auch gegen, zusammen, also, dass man, das ist das, was meine Frau immer nervt, warum sie kein TCG spielen will, weil man immer gegeneinander spielt, dass man kooperativ auch mal spielen kann, dass man dann auch sagt, okay, wir draften uns jetzt unser Ding zusammen und versuchen jetzt, den Drachen XY fertig zu machen und seine Schergen. Wäre das auch eine Idee für dich, so als Zusatzmodi, oder? Ja, klar, ich fände es für mich ein cooler Boxtopper, quasi, wenn du, sag mal, tatsächlich ein Display verkaufst, dann ist da der Boxtopper, irgendein fetter Boss mit Sonderregeln oder so eine Packung aus fünf Karten mit Sonderregeln und mit denen fängt der quasi an und dann hast du noch so ein kleines Pamphlet drin und quasi, hey, du kaufst dir ein Display, damit bekommst du halt quasi die Bossregeln und die extra Bosskarten dafür und das ist mehr oder weniger der Boxtopper dafür, wenn du dir ein ganzes Display kaufst, so ein Spielmodus da führt an, dass du einen Raid spielen kannst und dann kann halt jeder so seinen eigenen Charakter machen. Quests fände ich, ich würde auch ganz gerne ein Questsystem wieder reinbringen, weil, ich sag mal, Quests wären halt Karten, die du für eine Ressource spielen könntest. Ich glaube, man würde tatsächlich, ja, ich würde tatsächlich die Hearthstone-Mechanik nehmen für Mana, glück gesagt, aber dann, dass einfach ein Brotzug eins mehr gibt. Genau, aber dann sage ich halt, du kannst eine Karte weglegen, eine Quest, du musst was erledigen und dann bekommst du vielleicht, bekommst du in der Runde später einen Hiesen-Bonus oder darfst dir eine Karte tutoren und die rechte aufs Feld und quasi equippen oder sowas. Aber, wenn du eine Quest spielst, kannst du, fände ich so cool, wenn der Gegner die auch klauen kann oder verhindern kann. Quasi, wenn er die competet, dann ist sie weg. Ja, ja, das ist auch cool. Ja, und da kommt dann wieder der kompetitive Gedanke, okay, mein Deck zieht darauf aus, dass mein Gegner keine Quests machen kann und ich dafür Benefit kriege. Ja, ist schon cool. Man kämpft ja dagegen, aber dann ist halt so, okay, ich muss diese Runde drei oder ich spiel die Karte und muss eine Summon zerstören oder sowas oder muss einen Heldensohn so viel Schaden machen. Dann ist halt der andere, hey, ich block das ab, du hast es nicht geschafft, aber ich schaff's jetzt. Klau dir quasi den Quest Reward, also kriegst du nichts. Schon cool. Schon cool. Würdest du dann auch, so fliegende Kreaturen haben oder also so, die dann nur von Dings geblockt werden können, weißt du, so wie, okay, ich hab jetzt hier einen Adler als Companion und der fliegt jetzt und kann nicht von dir geblockt werden? Ich würde tatsächlich wirklich sehr viel auf diesen Heldenkampf auslegen. Ich würde Beschwörungen Teil von Klassen machen. Also ich würde nur sagen, Jäger kann einen Monster beschwören oder so, oder ein Hexenmeister, Necromancer kann mehr beschwören. Also quasi, dass Kreaturen effektiv Waffen sind oder Extensions von einem Sox, ich sag mal. Aber ich würde tatsächlich mit jedem erlauben, überhaupt Minions beschwören zu können. Ja, okay. Also zum Beispiel, wenn ich ein Warrior designen würde oder eine Warrior Klasse, dann würde ich den halt rundherum, dass er sich so schnell equippen kann wie möglich. Also quasi, der wird halt Quests und Karten bekommen, wenn du einen Warrior spielst, der Ausrüstung verringert oder wo er sich selbst schmieden kann oder so. Oh, krass. Und wenn du einen Schurke hast, dann würde ich denen quasi sowas wie eine Quest geben, wo du wählst quasi einen Helden und darfst dir ein Equipment oder ein Piece aus deinem Deck suchen und direkt dann ihn ausrüsten, das du noch nicht ausgerüstet hast. Der Rogue, der sich effektiv auch was klaut. der andere macht Schwerter, ich klau mir ein Schwert von seiner Ich glaube, ich würde dann auch gucken, dass du auch Charakter- oder klassenspezifisch Waffen zur Verfügung stellst, weil was für ein Krieger mit einem Zauberstab so in der Art, der kann damit ja nichts anfangen. Aber deswegen habe ich ja gemeint, du machst dir eine Party, es ist bloß ein Spiel, das erst mal so im Äther quasi in so einer Brainstorming-Session existiert, aber was ich cool finde, wäre so drei gegen drei, so hey, du hast eine Gruppe aus allen Kriegern, die buffen sich gegenseitig halt ziemlich hart, aber können halt, ich sage mal, es gibt halt sehr viele Legendaries und Legendaries würde ich zum Beispiel auf eins pro Deck tatsächlich ersetzen. Oder du hast halt eine World-Balanced-Party, sage ich mal, und dann ist halt der Zauberer, klar, du hast vielleicht einen Zauberstab gezogen, aber der Warrior macht es ja trotzdem günstiger. Dann kann der Warrior zum Beispiel den Zauberstab nehmen günstiger und vielleicht kannst du das dann umequippen, wenn du alles hast und dann sage ich mal, ein Schurke und ein Schurke kann umequippen und dann hast du so Kombis, sage ich mal, hey, du kannst den Zauberstab günstig ausspielen, der Schurke gibt es dann den Zauberer und dass du so umgehst. Das klingt schon cool. Mensch, Freddy, ich kann mit dir stundenlang labern. Wir sind jetzt echt schon, also jetzt müssen wir aufhören, sonst werden wir schon bei zwei Stunden. Das ist halt, wenn man ohne Konzept einfach drauf loslabert, aber ich habe mir gedacht, jedes Mal haben wir eigentlich nach dem Stream oder so gelabert und ich dachte, hey, das kann man auch, vielleicht will der eine oder andere, da würde der gerne zuhören, deswegen. Freddy, an dieser Stelle, ja, eine Sache noch, was auch noch funktionieren würde, ist dieses System in Gundam. Habe ich dich jetzt? Ja! Wenn du den Gundam-Unicorn und ein Ding deine eigenen Gundams abrüstest und so. Und du hast Piloten, die dann in den Gundam kommen und je nachdem kann der Pilot halt, steuert er den Gundam anders und du kannst den Gundam anders ausrüsten und oh mein Gott, ja, mit Gundam hast du mich jetzt. Aber ich glaube, es gibt auch ein Gundam-Kartenspiel in Japan, aber in Japan gibt es wie jedem Anime-Kartenspiel. Kann man eh vergessen. Ja, sick, Alter, jetzt hast du mich mit Gundams oder so. Ich könnte mir auch so ein Zukunfts-Fantasy wie Warhammer vorstellen. Auch so, du hast dann halt deine Fahrzeuge oder so, wo du dann auch deine Leute reinsetzen kannst und die upgraden kannst und sowas. Das könnte ich mir auch vorstellen. oder halt als Party-Mechanik mit dazu, so in so einer post-apokalyptischen crazy-Fantasy-Welt. Wobei, mir ist es ja eigentlich tatsächlich wichtig, Squats zu haben. Also aus mehreren... Ja, da brauchen wir halt Armeen, genau. Aber, ja. Nee, schon geil. Schon geil. Jetzt hast du mich echt mit Gundam. Mit Gundam hast du mich da. Ja. Mit keinem Schuss und Gundam kriegt man mich immer. Nee, aber Freddy, es war mir wieder eine Riesenehre. Es ist mir immer eine Riesenehre, wenn du dir Zeit für mich nimmst. Vielen Dank, dass du da warst und vielleicht hört ihr den Freddy irgendwann mal wieder in Zukunft. Mal schauen, ob es lang dauert oder wieder ganz schnell geht. Vielleicht finden wir da ja was. Und ja, jetzt seid ihr dran. So, jetzt seid ihr mal dran. Sagt's mir, sagt's uns in den Kommentaren, was war eure erste TCG-Erfahrung? Was ist euer aktueller Stand? Wie war eure Reise? Spielt ihr noch aktiv oder nicht? Habt ihr was Neues angefangen? Guckt ihr euch Star Wars an oder nicht? Und, äh, was findet ihr, was findet ihr besser? Magic oder Yu-Gi-Oh! Oder Star Wars oder, 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 oder. Schreibt's einfach in die Kommentare. Wird mich echt interessieren, ähm, wie es bei euch so abgelaufen ist. Ob ihr auch Yu-Gi-Oh! auf Gras und, äh, Dreck und Sandkasten gespielt habt. Oder, ob ihr, keine Ahnung, sofort der Crack wart. Ähm, lasst uns einfach wissen. Oder, ob ich euch irgendwelche komischen, äh, alten Sachen wieder hervorgerufen hab, wie es, keine Ahnung, es Harry Potter-Kartenspiel oder es Simpsons-Kartenspiel, was ihr damals habt. Ja. Und dann so, oh Gott, das hatte ich ja. Es gab auch ein Naruto-Kartenspiel, soviel ich weiß. Oder kennst du, kennst du damals, damals waren auch Porks, kennst du Porks noch? Das waren so runde Chips und du hattest dann so Metallmünzen und du musst die irgendwie draufhauen und die, die runterfallen, durfst du einsammeln und so. Ach, das gab so viel Crazy-Kram. Ja, naja, Leute, es wird unendlich. Also, in diesem Sinne, Freddy, vielen Dank nochmal an dich, dass du da warst und vielen Dank für euch, fürs Zuhören, fürs Reinschauen und ich würde sagen, wir hören oder sehen uns oder hören uns, sehen uns, genau, hören uns, genau, im nächsten Video-Podcast oder livestream wieder und in diesem Sinne entlasse ich euch jetzt und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder Arbeitszeit oder was ihr auch immer tut und bis zum nächsten Mal. Also, ciao. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.